Dann schauen wir uns zuerst zu Beginn ganz kurz an einen Überblick, worum es in der heutigen Vorlesung gehen soll. Ich möchte heute anknüpfen bei dem Thema, das wir in der letzten Woche in der Vorlesung schon begonnen haben, nämlich bei den Inspektionsmethoden. Und letzte Woche habe ich Ihnen eben die Methode des Cognitive Walkthrough vorgestellt, die Sie auch im ersten Berufbeispiel anwenden sollen. Und heute möchte ich Ihnen noch zwei weitere Inspektionsmethoden vorstellen, die auch ganz interessant und nützlich sind, die vor allem, glaube ich, auch ganz interessant sind, dahingehend, worin sich diese Methoden von der Methode, die wir letzte Woche kennengelernt haben, unterscheiden. Ganz kurz zu Beginn als Rückblick und zur Wiederholung. Usability-Inspektionen sind eben im Unterschied zu vielen anderen Usability-Engineering-Methoden eine Sammlung von Methoden, die man durchführen kann, ohne dass man dafür Benutzerinnen und Benutzer bzw. Testpersonen rekrutieren und in den Evaluierungsprozess einbinden muss. Das heißt, Usability-Inspektionen sind Methoden, die typischerweise von Expertinnen und Experten durchgeführt werden können, ohne dass man jetzt Freiwillige rekrutieren muss. Und die Idee dahinter ist eben, dass man sich als Experte oder Expertin versucht, in die Rolle der Benutzer hinein zu versetzen, um Fehler und Probleme vorherzusagen. Und das findet üblicherweise statt anhand von einerseits Erfahrungen und Fachkenntnissen der Expertinnen und Experten und andererseits strukturierten methodischen Vorgehensweisen und konkreten Richtlinien, wie man da bei so einer Inspektion vorgehen soll. Und typische Beispiele für solche Inspektionsmethoden sind eben die Cognitive Walkthrough Methode, die wir letzte Woche kennengelernt haben, oder eben auch zum Beispiel die heuristische Evaluierung, die wir heute in der Vorlesung auch durchgehen werden. Und der Vorteil von diesen Inspektionsmethoden ist eben, dass man keine Leute rekrutieren muss, wo man durch diesen Organisationsaufwand und dieser administrative Aufwand, der zustande kommt, wenn man ganz einfach externe Stakeholder in einen Prozess einbinden muss, dass das wegfällt und dass diese Inspektionsmethoden dadurch relativ schnell und auch mit einer relativ kurzen und geringen Vorlaufzeit angewendet werden können. Auch nochmal ganz kurzer Rückblick auf die Methode des Cognitive Walkthroughs. Einige wesentliche Eckpunkte, damit Sie sie im Kopf haben, insbesondere auch, weil es, glaube ich, interessant ist, die Vergleich zwischen dieser Methode und der nächsten, die wir uns anschauen, weil es da einerseits einige Gemeinsamkeiten gibt, andererseits aber auch einige ganz markante und gemerkenswerte, finde ich, Unterschiede. Also die Cognitive Walkthrough-Methode ist eben eine task-spezifische Methode, das heißt, es geht darum, dass man bei dieser Methode konkrete Arbeitsabläufe untersucht, also einen Arbeitsablauf oder eine Abfolge von Schritten, von Interaktionen, die ein Benutzer oder eine Benutzerin bei der Arbeit mit einem technischen System, mit einem Computersystem durchläuft und dass man diese Arbeitsabläufe dann während der Evaluierung eben Schritt für Schritt durchgeht. Die Perspektive, die man dabei typischerweise untersucht, ist die Perspektive eines Novice Users, also quasi eines Benutzers oder einer Benutzerin, die das erste Mal mit dem System in Berührung kommt, die oder der das System noch nicht kennt und sich quasi erst einmal an dieses System annähern muss und lernen muss und verstehen muss, wie man damit interagieren kann. Es geht also um eine Art der intuitiven, explorativen, erstmaligen Verwendung eines Systems. Und das, was man dabei untersucht, ist im Wesentlichen die Frage, ob ein Benutzer oder eine Benutzerin in der Lage ist, selbstständig diesen Task zu erledigen, selbstständig ans Ziel zu kommen. Das heißt, es geht um die Taskerfüllung und damit im weiteren Sinn könnte man auch sagen, es geht um die Effektivität, ob ein Benutzer oder eine Benutzerin in der Lage ist, ein Ziel effektiv zu erreichen. Und die erste Methode, die ich mir jetzt heute mit Ihnen anschauen möchte, ist ein Methodenkomplex KLM und GOMS. Und wie gesagt, da gibt es, finde ich, einige interessante Ähnlichkeiten parallel zur Cognitive Walkthrough Methode und andererseits eben auch einige interessante Unterschiede. GOMS und KLM sind zuallererst einmal Abkürzungen. GOMS steht für Goals, Operators, Methods und Selection Rules. Und das ist eine Methode, die wurde entwickelt von Card, Moran und Newell, ist eine sehr alte Methode, ist Anfang der 1980er Jahre entstanden. Das heißt, auch im Vergleich zur Cognitive Walkthrough Methode und auch im Vergleich zur heuristischen Evaluierung ist das eine relativ alte Methode. Cognitive Walkthrough Methode und heuristische Evaluierung sind Anfang der 90er Jahre vorgestellt und entwickelt und publiziert worden. Und diese Methode ist quasi noch einmal zehn Jahre älter. Also wir bewegen uns da quasi zurück in die Steinzeit der Human-Computer-Interaction und des Usability-Engineering, weil die 1980er Jahre sind eigentlich so die Zeit, wo diese Felder, diese Fachdisziplinen überhaupt erst entstanden sind. Also ich glaube, man kann durchaus behaupten, vor den 1980er Jahren hat es Human-Computer-Interaction und Usability-Engineering als Fachbereich und als Fachdisziplin überhaupt nicht gegeben. Also da gehen wir ganz zurück zu den Anfängen des Usability-Engineering. Man kann und muss auch dazu sagen, dass es eine Methode ist, die, glaube ich, nicht wahnsinnig bekannt ist und auch nicht sehr verbreitet, beziehungsweise insbesondere in der industriellen Praxis, glaube ich, wenig verbreitet ist. Im akademischen, wissenschaftlichen Umfeld ist es durchaus noch ein Thema. Aber so im angewandten Usability-Engineering ist es, glaube ich, eher eine wenig verbreitete und wenig bekannte Methode. Aber ich finde es trotzdem eine interessante Methode. Weshalb möchte ich dann auch am Schluss noch kurz darauf zurückkommen. KLM ist ebenfalls eine Abkürzung und ist quasi sowas wie eine vereinfachte Form von GOMS. Also da war die Idee dahinter, dass man quasi eine einfachere Variante von diesem GOMS, von dieser GOMS-Methode oder von diesem GOMS-Ansatz entwickelt. KLM steht als Abkürzung für Keyboard-Level-Model und ist vom Grundprinzip her genauso wie GOMS verzichtet auf Sub-Goals und auf Selection-Rules. Also da werden gewisse Teile von GOMS einfach ausgespart. Wenn man jetzt sich GOMS und KLM anschaut und auch den Vergleich zieht zur Cognitive-Works-Methode, auch KLM und GOMS sind wieder task-spezifisch. Das heißt, da geht es auch darum, dass man konkrete Arbeitsabläufe untersucht. Und eigentlich sind diese Methoden nicht nur Inspektionsmethoden, sondern sie versuchen eigentlich noch einen Schritt weiter zu gehen. Und man kann sagen, es sind Modellierungsverfahren, die quasi versuchen, die Interaktion zwischen Mensch und Computersystem modellhaft und möglichst exakt und präzise zu beschreiben. Und die Zielsetzung von diesen KLM und GOMS-Modellen ist jetzt immer, dass man versucht, festzustellen, wie lange die Ausführungsdauer eines Tasks ist. Also quasi da geht es um die Effizienz. Wie viel Zeitaufwand, wie viel Zeit muss man investieren, um eine Aufgabe zu erledigen. Das ist auch ein interessanter Unterschied eben wieder zum Cognitive-Workthrough, wo es quasi um die Effektivität, um die Taskerfüllung geht. Und bei GOMS geht es eben nicht um die Taskerfüllung, sondern da geht es um die Ausführungsdauer und die Effizienz. Und der zweite interessante Unterschied im Vergleich zur Cognitive-Workthrough-Methode ist, dass diese KLM und GOMS-Ansätze quasi von der Grundannahme ausgehen, dass man das Ganze aus der Perspektive eines Expert-Users macht. Das heißt, aus der Perspektive von einem Menschen, der diesen Arbeitsablauf wahnsinnig gut kennt, der den quasi verinnerlicht hat, der den in- und auswendig kennt und der das quasi blind, ohne darüber nachdenken zu müssen, ohne pausieren zu müssen, fast schon automatisch runter machen kann. Also diesen einfach durchführen kann, ohne dass man da jetzt irgendwie drüber nachdenken muss. Und die Methode funktioniert jetzt auch wieder so, dass man diese Tasks, diese Arbeitsabläufe runter bricht in einzelne Arbeitsschritte, ähnlich wie beim Cognitive-Workthrough. Aber im Unterschied zur Cognitive-Workthrough-Methode versucht man bei KLM und GOMS möglichst kleinteilig diese Arbeitsschritte runterzubrechen. Also es geht um eine Dekomposition in elementare Operationen. Das können motorische, kognitive oder perzeptive Operationen sein. Aber die Idee dahinter ist, dass man versucht, das in elementare, atomare Operationen runterzubrechen. Also wenn man so will, auf Operationen runterzubrechen, die man nicht mehr sinnvoll weiter aufteilen kann. Also wenn man es ganz genau nimmt, könnte man die Methoden, die Operationen natürlich noch immer weiter runterbrechen, wenn man es möchte. Aber man kann sagen, das sind quasi die kleinteiligsten Operationen, in die sich ein Ablauf sinnvoll und praxisnah zerlegen lässt. Gut. Was sind jetzt die Grundbestandteile von so einem GOMS-Modell? Wie gesagt, GOMS-Abkürzung für Goals, Operators, Methods und Selection Rules. Das sind quasi die vier Bausteine, aus denen so ein GOMS-Modell besteht. Und ein Goal ist quasi ganz einfach das Ziel, das ein Benutzer oder eine Benutzerin erreichen möchte. Also das, worauf man hinarbeitet. Das, was am Ende von diesem Arbeitsablauf herauskommen soll. Und diese Goals, die können sich natürlich auf ganz unterschiedlichen Abstraktionsebenen manifestieren. Das kann etwas sehr Weitschweifendes, ein sehr ambitioniertes und großes Unterfangen sein. So etwas wie, ich schreibe eine Seminararbeit, was tage- oder wochenlang dauern kann. Bis hin zu sehr kleinteiligen Goals, zu sehr kleinteiligen Zielen, wie eben zum Beispiel, ich möchte ein Wort aus einem Text herauslöschen. Und zusätzlich gibt es dann noch die Möglichkeit in diesen GOMS-Modellen, dass man diese High-Level-Goals, also insbesondere diese sehr großen, weitreichenden Ziele, wie ich schreibe eine Seminararbeit, weiter herunterbrechen und zerlegen kann in sogenannte Sub-Goals, also Unterziele. Der zweite Bestandteil sind dann die Operatoren. Und das sind, wie gesagt, eben elementare Operationen, atomare Operationen, die zur Erreichung des Ziels notwendig sind. Und zwar auf einer Granularitätsebene, wie gesagt, wo man das Ganze nicht mehr wirklich sinnvoll weiter herunterbrechen und zerteilen kann. Und diese Operatoren, die sind typischerweise Operationen auf einer motorischen, kognitiven oder perzeptiven Ebene und eben kleinteilig, wie eben zum Beispiel ein einzelner Tastenanschlag auf der Tastatur oder einmal den Maus-Button drücken oder einmal die Maus auf ein Ziel am Bildschirm hinbewegen. Also sehr kleinteilige Operatoren, die man da verwendet. Der dritte Bestandteil sind dann die sogenannten Methods, also die Methoden. Und eine Methode ist ganz einfach ein bestimmtes Vorgehen zur Erreichung eines Ziels. Man könnte auch sagen, das ist sowas wie ein Algorithmus im Kopf. Eine Abfolge von notwendigen Operatoren, von notwendigen Operationen, um ein bestimmtes Ziel erreichen zu können. Und in der Regel, oder nicht immer, aber oft ist es so, dass es zur Erreichung desselben Ziels mehr als eine Methode gibt, die einen zu diesem Ziel hinführen kann. Und das ist das, wo dann der vierte Bestandteil quasi ins Spiel kommt, die Selection Rules. Und diese Selection Rules, das sind quasi Regeln zur Auswahl einer passenden Methode zur Erreichung eines Ziels, abhängig von den Rahmenbedingungen, abhängig vom Kontext, in dem das Ganze stattfindet. Und diese Selection Rules, die sind genauso wie die Conditional Statements, so wie Sie es aus der Programmierung kennen, also sowas wie ein If, Then, Else. Wenn diese Bedingung gegeben ist, dann mache ich das und ansonsten mache ich was anderes. Und schauen wir uns als nächstes ein Beispiel an, wie jetzt so ein GOMS-Modell ausschauen kann. Und das wäre jetzt ein Beispiel, da wird quasi beschrieben und durchmodelliert, wie man einen Textbaustein in einem Textverarbeitungsprogramm oder in einem Texteditor von einer Stelle im Dokument an eine andere Stelle verschieben kann. Und das Goal ist eben quasi das übergeordnete Ziel, das da beschrieben wird, ist Move Text, also einen Textbaustein in dem Dokument verschieben. Und dieses übergeordnete Goal lässt sich jetzt in zwei Subgoals unmittelbar zerlegen. Einerseits Cut Text, also einen Text ausschneiden in die Zwischenablage und ein weiteres Subgoal Paste Text, den Text dann an der Zieldestination wieder einfügen. Und diese zwei Subgoals, die sind dann in weitere Subgoals runtergebrochen, brauchen wir uns jetzt nicht im Detail anschauen. Und wenn man jetzt diesem Modell weiterfolgt, dann sieht man hier an der Stelle, wenn Sie meinen Mauszeiger sehen können, hier kommt jetzt die erste Selection Rule eben zur Anwendung, nämlich je nachdem, ob ich ein Wort auswählen und highlighten möchte oder ob ich einen willkürlichen String, einen willkürlichen Textbaustein auswählen möchte, kann ich hier auswählen zwischen diesen zwei Subgoals, highlight Word oder highlight arbitrary Text. Und diese Subgoals, die sind dann wieder runtergebrochen in diese Methoden, in diese Abfolge von einzelnen Operatoren, die notwendig sind, um diese Subgoals durchzuführen. Und zusätzlich kann man dann diese einzelnen Operatoren mit bestimmten Zeitwerten, mit Zeitschätzungen belegen und daraus dann eine Gesamtdauer herausrechnen, wie lange diese Operation dauern wird, wenn jetzt ein Benutzer oder eine Benutzerin versuchen wird, in einem Textdokument einen Textbaustein von einer Stelle an eine andere zu schieben. Und dieses Modell kommt da eben zu dem Ergebnis, dass man dafür ungefähr 14,4 Sekunden brauchen wird. Was ich an diesem Beispiel recht interessant finde, ist, wenn man sich das anschaut, das schaut eigentlich so ähnlich aus wie ein Pseudocode für eine Programmiersprache, für eine einfache prozedurale Programmiersprache. Also man sieht da sehr schön irgendwie auch dieses Paradigma der Programmierung, wie das da reinfließt in diesen Modellierungsansatz von GOMS, wo es eben nicht darum geht, dass man jetzt quasi Programmcode schreibt, um quasi den Computer Befehle zu geben, sondern dass man ein ganz ähnliches Prinzip verwendet, um quasi die Interaktion eines Menschen mit einem Computersystem zu beschreiben. Und diese GOMS-Modelle, die können natürlich sehr rasch ausufern und sehr komplex und sehr umfangreich werden. Und das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum sie sich in der Praxis nicht wirklich durchgesetzt haben, weil sie einfach wirklich, wirklich viel Zeit beanspruchen, um sie zu konstruieren. Und deshalb wurde dann auf Basis von GOMS als quasi eine, wie sagt man, eine niederschwellig zugänglichere Alternative zu GOMS diese Methode des KLM, des Keyboard Level Models, eben vorgestellt. Dieses KLM ist eben eine vereinfachte Form von GOMS, wo es keine Subgoals und keine Selection Rules gibt. Das heißt, das sind immer ganz strikt sequenziell lineare Abläufe, die man einfach sequenziell von einem Schritt zum nächsten durchläuft. Und wenn man jetzt so ein KLM-Modell entwickeln will oder wenn man einen Ablauf ausmodellieren will, dann läuft das üblicherweise so ab, dass man eben einen Task auswählt, der einen interessiert, den man untersuchen möchte. Dann stellt man die notwendige Handlungsfolge zur Taskerfüllung fest. Dann listet man die einzelnen Keystroke Level Actions auf und sucht sich die korrespondierenden physischen Operatoren raus, die diesen Actions entsprechen. Dann ergänzt man gegebenenfalls Operatoren an den Stellen, wo ein Benutzer oder eine Benutzerin auf Feedback vom System warten muss. Also wo es quasi zu Verzögerungen, zu Pausen kommt, wenn der Computer länger arbeitet oder Ladevorgänger oder was auch immer. Dann ergänzt man die sogenannten mentalen Operatoren. Das sind Operatoren, die man einfügt, wenn Benutzer oder Benutzerinnen nachdenken müssen. Und ich habe Nachdenken hier unter Anführungszeichen gesetzt. Da komme ich auch noch darauf zurück. Und im nächsten Schritt schlägt man dann die Ausführungszeit der unterschiedlichen Operatoren nach, addiert diese Ausführungszeiten und bekommt dann als Ergebnis eben eine geschätzte Ausführungsdauer heraus. Und damit man das jetzt konstruieren kann, braucht man natürlich eine Übersicht, eine Sammlung von Operatoren, die einem zur Verfügung stehen. Und das sind die typischen oder die klassischen Operatoren und die Zeitmessungen dazu, wie man sie im klassischen GOMS und im klassischen KLM-Ansatz findet. K für Keystroke, das wäre quasi, ich drücke eine Taste auf der Tastatur. Tn dann als eine Sequenz von Keystrokes, also wenn man zum Beispiel ein Wort schreibt oder wenn man mehrere Buchstaben hintereinander eingibt auf der Tastatur. P für das Zeigen mit der Maus auf ein Ziel am Bildschirm. B, um den Mausbutton zu drücken oder wieder loszulassen. BB, wenn man auf den Mausbutton klickt, also wenn man quasi reindrückt und wieder loslässt. H, wenn man die Hand zwischen Keyboard und Maus hin und her bewegt. M für den sogenannten Mental Act of Routine Thinking oder für Perception Tasks, also wenn man zum Beispiel ein bestimmtes Element am Bildschirm sucht. Und R als Operator, wenn das System langsam ist und man quasi auf das System warten muss. Und auf der rechten Seite sehen Sie dann eben geschätzte Ausführungszeiten, die wurden empirisch, experimentell erhoben und dann eben rausgerechnet. Und man muss natürlich sagen, diese Ausführungszeiten, die sind natürlich erstens nur Durchschnittswerte, die sind auch teilweise schwer verallgemeinerbar. Das sieht man schon sehr schön hier in der ersten Zeile bei Keystroke, wo eben angegeben ist, eine Zeitdauer von 0,12 bis 1,2 Sekunden. 0,12 Sekunden, das wäre ein sehr geübter Schreiber oder eine geübte Schreiberin, die ungefähr 90 Wörter pro Minute schafft, wenn sie jetzt tippen würde. 1,2 Sekunden, das wäre die Dauer für jemanden, der überhaupt nicht Schreibmaschinen schreiben kann. Also das wäre quasi 10-Finger-Suchsystem, wo man die Tasten einzeln auf der Tastatur suchen muss und ein durchschnittlicher Type-Pist, also ein durchschnittlicher Schreiber oder Schreiberin mit einer Schreibgeschwindigkeit von 40 Wörtern pro Minute, da kann man eben im Schnitt ungefähr ausgehen, dass diese Zeitdauer ungefähr 0,28 Sekunden für einen Tastenanschlag ist. Oder auch zum Beispiel, wenn man sich das P anschaut, Pointing with Mouse to Target and Display. Wenn Sie FITZ Law kennen, dann wissen Sie, dass das nicht konstant ist, sondern dass das von verschiedenen Faktoren abhängig ist und dass man das exakt heraus modellieren kann. Aber der Einfachheit halber geht man in diesem Modell eben von diesem konstanten Wert von 1,1 Sekunden aus. Besonders interessant ist aber dieser Aspekt oder dieser Operator M, Mental Act of Routine Thinking. Das sind quasi Operatoren oder Operationen, wo der Benutzer oder die Benutzerin kurz nachdenken muss. Ich habe das Nachdenken auf der vorigen Folie auch in Anführungszeichen gesetzt gehabt, weil da geht es eben nicht darum, dass man jetzt irgendwie anfängt, lange darüber zu reflektieren oder lange über etwas nachzudenken. Also nicht irgendetwas, wo man sich den Kopf darüber zerbrechen muss, wo man jetzt irgendwie erharten muss, quasi knacken muss, sondern es sind quasi Routine-Denkoperationen. Das wären zum Beispiel so Sachen wie, wenn wir es auf der nächsten Folie sehen, das wäre eben zum Beispiel, dass man eine strategische Entscheidung trifft. Das wäre, dass man eine Informationseinheit aus dem Gedächtnis abruft. Also dass man sich zum Beispiel versucht, an seinen Benutzernamen zu erinnern, dass man versucht, sich an sein Passwort zu erinnern, dass man versucht, sich an einen Tastatur-Shortcut zu erinnern, dass man versucht, sich an einen Task-Parameter zu erinnern. Also da geht es eher darum, eine Operation, wo man ein vorhandenes Wissen aus dem Gedächtnis hervorkramen muss. Nicht irgendwie, ich lehne mich da jetzt zurück und denke fünf Minuten darüber nach, sondern quasi, dass man auf Informationen im Gedächtnis zurückgreift, die leicht abrufbar und vorhanden sind. Beziehungsweise auch, dass man perzeptive Operationen damit abbilden kann. Also zum Beispiel, ich suche eine bestimmte Datei auf dem Bildschirm oder ich suche einen bestimmten Button oder ich suche ein bestimmtes Icon auf dem Bildschirm und so weiter. Und diese M's, diese Routine Acts of Thinking, diese Mental Acts of Routine Thinking, die sind sicher die größte Herausforderung bei der Konstruktion von so einem GOMS- oder KLM-Modell, weil das ist natürlich ein Stück weit recht spekulativ, dass man sich entscheidet, wo man jetzt diese M's setzen würde. Und da gibt es wahrscheinlich auch große Unterschiede, je nachdem, wer das macht, wo man die M's dann platziert. Und im Vergleich dazu die anderen Operationen, die sind ziemlich straightforward. Da kann man eigentlich nicht wirklich viel falsch machen, wenn man es einfach quasi sequentiell die Operation durchgeht. Aber diese M's, die sind quasi das Schwierigste bei der Konstruktion von so einem Modell. Und Kira hat dazu auch in einem Paper, das ich Ihnen auch im Tulekurs dann zur Verfügung stelle, einmal sehr schön auf den Punkt gebracht. Wenn man diese M's in so einem Modell platziert, dann ist das Allerwichtigste die Konsistenz. Also Konsistenz ist wichtiger als Exaktheit, weil in der Regel verwendet man diese KLM- und GOMS-Modelle, um eben Vergleiche anzustellen zwischen unterschiedlichen Abläufen oder zwischen unterschiedlichen Alternativen. Und damit diese Vergleiche quasi halten können, damit die in sich konsistent sind, ist es eben wichtig, dass man vor allem eine konsistente Philosophie und eine konsistente Strategie anwendet, wenn es darum geht, diese M's in so einem Modell zu platzieren. Eine weitere Herausforderung, wenn man jetzt so etwas ausmodellieren will, ist, dass man natürlich auf die Verfügbarkeit von solchen Operatoren angewiesen ist. Das bedeutet insbesondere, wenn es um irgendwelche neuen Formen der Human-Computer-Interaction geht, um neue Interaktionsparadigmen, dann fehlen einem oft diese Sammlungen und diese Tabellen mit Operatoren, die man da zur Modellierung verwenden kann. Keyboard und Maus gibt es eben seit den 80er Jahren. Aber zum Beispiel, wie Smartphones, also vor allem die modernen Touchscreen-Smartphones ihren Durchbruch gehabt haben, da war sicher ein Problem, dass es da ganz einfach unmöglich war, diese Modelle zu konstruieren, weil es eben keine anwendbaren Operatoren gegeben hat. Und inzwischen gibt es dazu auch schon einiges an wissenschaftlicher und akademischer Forschung. Ich habe Ihnen da drei Papers rausgesucht, die sich eben damit beschäftigen, wie man diese KLM und GOMS-Modelle auf Touchscreen-Interaktion übertragen und anwenden kann. Die sind eben alle so 2014 bis 2015 entstanden und Sie sehen ja auch einen Auszug aus so einer Tabelle, wo eben die Autoren ihre Smartphone-Operatoren, dieses Fingerstroke-Level-Model nennen Sie es, mit den Original-Operatoren von Card und Kollegen gegenüberstellen. Das heißt, da braucht es dann oft auch Geduld. Also das schränkt dann auch die Anwendbarkeit von diesen Methoden ein, wenn man es mit sehr neuartigen Formen der Interaktion zu tun hat, mit neuartigen Interaktionsparadigmen, weil man quasi darauf warten muss, dass irgendwer diese Operatoren erhebt oder man muss es selber machen, was aber natürlich ein erheblicher Forschungsaufwand und wissenschaftlicher Arbeitsaufwand auch ist. Und für Smartphone gibt es jetzt inzwischen eben schon seit einigen Jahren gute, halbwegs robuste Modelle dafür, aber man kann eben sagen, so von 2007 bis 2014, 2015 war es jetzt gar nicht so leicht, dass man solche KLM und GOMS-Modelle für Smartphone und Touchscreen-Interaktion konstruiert, weil es eben die Operatoren ganz einfach nicht gegeben hat. Ich möchte mir jetzt als nächstes mit Ihnen auch ein konkretes Beispiel anschauen, wie das jetzt ausschauen kann und wofür man das Ganze anwenden kann. Und ich habe mir dafür einen Task ausgewählt, einen eigentlich recht einfachen und alltäglichen Task, den Sie auch sicher kennen, ist auch ein sehr kurzer Task, nämlich es geht darum, Sie wollen diese Datei, die Lead Me, die hier auf dem Desktop liegt, löschen, indem Sie sie in den Papierkorb irgendwie rüber schupfen, wenn man so will. Und ich möchte mir drei unterschiedliche Möglichkeiten mit Ihnen anschauen, wie man das jetzt machen kann, nämlich einerseits ein Szenario Drag & Drop, also man löscht diese Datei mittels Drag & Drop, zweites Szenario, man löscht es über das Rechtsklick-Kontextmenü und dritte Variante, man löscht es mittels Tastatur-Shortcut. Und zu Beginn auch noch ganz wichtig, dass ich es nicht vergesse, was man nicht aus dem Bildschirm rauslesen kann, notwendige Vorbedingungen und notwendiger Endzustand für diese Operation ist, dass in der Ausgangsposition der Benutzer oder die Benutzerin eine Hand auf der Maus hat und dass am Ende der Operation wieder eine Hand auf dem Maus liegen soll. Und Sie können sich jetzt selber überlegen oder eine Schätzung abgeben, was Sie glauben, welche von diesen drei Varianten am schnellsten ist. Wie gesagt, Drag & Drop, Rechtsklick-Kontextmenü oder Tastatur-Shortcut. Wenn wir jetzt dieses Modell konstruieren wollen für die Drag & Drop-Operation, dann beginnen wir eben zuallererst mit den physischen, mit den motorischen Operatoren, schreiben uns die raus oder mit den motorischen Schritten, die notwendig sind. Also ich muss den Zeiger, den Mauszeiger auf das Datei-Icon bewegen. Ich muss den Mausbutton drücken und gehalten lassen für die Drag & Drop-Operation. Ich muss das Datei-Icon auf den Papierkorb ziehen und am Ende muss ich den Mausbutton wieder loslassen. Und dann suche ich mir zu diesen vier Schritten, die ich daraus konstruiert habe, die passenden Operatoren aus dieser Tabelle. Das wäre eben eine Pointing-Operation, eine Button-Operation, eine zweite Pointing-Operation und eine zweite Button-Operation. Dann im nächsten Schritt, nachdem ich mit den motorischen Operatoren fertig bin, geht es zu diesen Mental Acts of Routine Thinking. Und ich habe mich bei diesem Fallbeispiel dafür entschieden, dass ich das sehr konservativ vorgehe, sage ich jetzt auch dazu. Also ich verwende da jetzt eine Strategie, wo ich sage, im Zweifelsfall lieber zu wenig als zu viele M's. Aber ich würde zumindest zu Beginn von dieser Operation eine mentale Operation einfügen für das Suchen und Finden von dieser Datei, von diesem Datei-Icon auf dem Desktop, bevor ich das quasi starten kann. Man könnte ganz leicht auch sagen, man müsste hier vielleicht noch ein M einfügen, wenn es quasi darum geht, ob man den Papierkorb findet. Das wird dann davon abhängen, wie gut ein Benutzer oder eine Benutzerin das verinnerlicht hat, wo der Papierkorb am Bildschirm zu finden ist. Ich habe es hier mal weggelassen. Man könnte aber sicher sehr einfach ein sehr überzeugendes Argument dafür konstruieren, dass man sagt, hier fehlt ein M, hier sollte man noch ein M einfügen. Und man könnte auch zum Beispiel am Ende sagen, dass man hier noch ein M einfügt, wenn es darum geht, der Benutzer oder die Benutzerin überprüft, ob die Datei jetzt auch wirklich weg ist und quasi ob die an der Stelle am Bildschirm verschwunden ist. Aber wie gesagt, ich habe mich jetzt für dieses Fallbeispiel dazu entschieden, bei der Platzierung der M eher sparsam und konservativ, um da vorzugehen. Gut, dann habe ich jetzt alle Operatoren mir aufgelistet, suche mir die Ausführungszeit von den einzelnen Operatoren aus dieser Tabelle raus und komme dabei dann zum Ergebnis. Die Ausführungszeit für das Datei löschen mittels Drag & Drop ist ungefähr 3,6 Sekunden. Die zweite Variante, die wir uns anschauen, ist dann Rechtsklick-Kontextmenü. Ich gehe jetzt nicht mehr schrittweise durch, sondern alles auf einmal. Hier auch wieder die Vorgehensweise. Zuallererst, ich muss das Datei-Icon am Bildschirm suchen und finden. Das ist jetzt diese vorhin angesprochene Konsistenz. Nachdem ich es in dem anderen so gehandhabt habe, handhabe ich es auch bei dieser Alternative so, damit quasi die Platzierung der M möglichst konsequent und konsistent von einem Modell zum nächsten ist. Danach muss ich wieder den Zeiger auf das Datei-Icon bewegen, also eine Pointing-Operation. Dann muss ich den rechten Maus-Button klicken, das sind zwei Bs in dem Modell. Dann muss ich den Zeiger auf den Menü-Eintrag in diesem Kontextmenü hinbewegen, ist wieder eine Pointing-Operation. Dann muss ich den Maus-Button links klicken, wieder zwei Bs. Damit komme ich dann am Ende, wenn ich das zusammenaddiere, auf eine Ausführungszeit von 3,8 Sekunden. Also daumen mal Pi ungefähr genauso schnell, wie wenn man es per Drag-and-Drop machen würde. Also eigentlich keine Zeitersparnis. Und als dritte Alternative schauen wir uns dann noch an, die Variante mit Keyboard-Shortcut. Und auch hier wieder ganz zu Beginn ein M. Ich muss das Datei-Icon am Bildschirm suchen und finden. Ich muss den Zeiger auf das Datei-Icon bewegen, damit ich es quasi selektieren kann. Ich muss den Maus-Button klicken, damit das Datei-Icon selektiert ist, dass es quasi gehighlighted, aktiviert ist. Dann muss ich die Hand zum Keyboard bewegen, also dieses Hin- und Herbewegen zwischen Maus und Keyboard. Dann muss ich den Tastatur-Shortcut betätigen zum Löschen von dieser Datei. Fn-Backspace auf meinem Laptop, auf einer großen Tastatur könnte man wahrscheinlich auch die Entfernen-Taste drücken, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann muss ich quasi wieder die Hand zurück zur Maus bewegen, damit ich quasi den konsistenten Endzustand erreiche, den ich auch bei den ersten beiden Szenarien gehabt habe. Und wenn man sich jetzt die Ausführungszeiten für diese Operatoren raussucht, dann kommt man zu dem Ergebnis, Ausführungsdauer ungefähr 3,86 Sekunden. Also auch wieder eigentlich selbe Größenordnung. Man könnte sagen, alle drei Varianten sind mehr oder weniger gleich schnell. Drängt sich natürlich die Frage auf ein bisschen, wieso braucht man dann überhaupt drei verschiedene Alternativen, um dieselbe Operation ausführen zu können, wenn eh alle drei gleich schnell sind. Was man in aller Fairness natürlich auch dazu sagen muss, dieses dritte Szenario, das wir uns jetzt gerade angeschaut haben mit dem Keyboard-Shortcut, das leidet sicher maßgeblich darunter, dass die Ausgangssituation, die wir angenommen haben, ist, dass die Hand auf der Maus liegt. Wenn wir als Ausgangssituation genommen hätten, beide Hände befinden sich auf der Tastatur, dann würde das Keyboard wahrscheinlich deutlich besser abschneiden als die ersten zwei Szenarien mit Drag-and-Drop und Rechtsklick-Kontext. Gut, aber ich möchte jetzt noch kurz zurückkommen, eben wie gesagt, wenn jetzt alle drei gleich schnell sind, wieso braucht es überhaupt drei Varianten? Und deshalb möchte ich mir noch eine leichte Variation von diesem Szenario anschauen, nämlich dieses hier, das Sie da jetzt aus dem Screenshot sehen, nämlich wenn der Papierkorb von einem Fenster verdeckt ist. Kommt ja oft vor, weil man hat ja meistens auch irgendwas offen am Computer und schaut sich nicht einfach nur stundenlang den Desktop-Hintergrund an. Und in dem Szenario oder in dieser Ausgangssituation ist es natürlich so, dass Kontextmenü und Keyboard-Shortcut exakt gleich schnell sind wie vorher, weil da macht es keinen Unterschied, dass der Papierkorb verdeckt ist. Aber das Szenario per Drag-and-Drop ändert sich natürlich gravierend, weil wenn ich da das jetzt runter modellieren möchte, da sieht man, das wird sehr viel zeitaufwendiger, weil man muss quasi zuallererst mal bemerken, dass das Papierkorb-Icon quasi verdeckt ist von diesem Fenster, weil das ist ja was, das muss man erstmal wahrnehmen und beurteilen. Da muss man quasi den Zeiger auf die Fenster-Titelleiste bewegen, muss das Fenster verschieben mit der Maus an eine andere Stelle, muss den Maus-Button wieder loslassen, wenn man das verschoben hat, kann dann erst das Datei-Icon suchen und finden, muss dann den Zeiger auf das Datei-Icon bewegen, muss wieder eben diese Drag-and-Drop-Operation durchführen und kommt dann insgesamt eben auf insgesamt zehn Schritte und eine Ausführungsdauer von ungefähr 7,2 Sekunden. Das heißt, in diesem Szenario kann man sagen, das ist schon deutlich langsamer als dieser Weg über Tastatur-Shortcut und über Rechtsklick-Kontext-Menü. Und darüber lassen sich dann diese Shortcuts eben auch wieder gut argumentieren, warum die sinnvoll und nützlich sein können. Man stellt sich jetzt in dem Zusammenhang vielleicht durch die Frage, fallen drei, fünf oder zehn Sekunden Ausführungsdauer jetzt wirklich ins Gewicht. Und das ist sowas, ja, also wenn es darum geht, dass ein Mensch quasi einmal sich irgendwo drei oder fünf Sekunden spart, dann fällt das natürlich nicht ins Gewicht. Dann ist das völlig wurscht und unerheblich. Aber es gibt, finde ich, eine sehr schöne Anekdote von Andy Hertzfeld, die dann sehr gut, finde ich, dazu passt. Andy Hertzfeld war einer der Ingenieure, die an der Entwicklung vom ersten Macintosh bei Apple beteiligt waren. Also dieser erste Macintosh, der im Jahr 1984 rausgekommen ist. Und der hat einmal erzählt, eine Anekdote aus der Entwicklung von diesem ersten Mac, dass Steve Jobs eben sich wahnsinnig daran gestört hat, dass das Hochfahren, das Booten von diesem Mac so lange gedauert hat. Also dass das mehrere Minuten gedauert hat und dass er immer wieder die Ingenieure und Ingenieurinnen gedrängt hat, dass sie das beschleunigen müssen und dass das schneller gehen soll. Und die haben das aber nicht unbedingt eingesehen. Und die haben das nicht unbedingt nachvollziehen können, weil die haben halt gesagt, ist ja wurscht, ob das jetzt zehn Sekunden länger oder kürzer dauert. Zehn Sekunden fallen doch nicht wirklich ins Gewicht. Und Steve Jobs hat dann quasi als Beispiel ins Feld geführt, okay, angenommen, wir können zehn Sekunden rausnehmen aus dieser Bootzeit, wir können diese Bootzeit um zehn Sekunden beschleunigen und wir haben fünf Millionen User weltweit, dann ergibt das eine Zeitaussparnis von 50 Millionen Sekunden jeden Tag. Und über ein Jahr betrachtet geben sich da quasi mehrere Lebenszeiten draus an Zeit, die man sich sparen kann. Jetzt muss man natürlich sagen, nicht jede Sekunde, die man warten muss, ist eine, die man effektiv und effizient sparen kann. Aber auf der anderen Seite ist es eben, es gibt vor allem diese Economies of Scale, insbesondere wenn es darum geht, dass sie Abläufe haben, die von vielen Menschen durchlaufen werden müssen, die vielleicht auch oft durchlaufen werden müssen. Also etwas, was einem nicht nur einmal passiert, sondern was man vielleicht hundertmal erledigen muss. Und wenn man da dann ein paar Sekunden, also eine Operation an Zeit, Dauer, die man braucht, um das durchzuführen, rausnehmen kann, dann summiert sich das einfach sehr rasch, sehr, sehr stark auf. Larry Tesla hat da auch mal ein sehr schönes Beispiel dazu, als Argument ins Feld geführt, wo er gemeint hat, es ist absolut einfach zu rechtfertigen, dass man ein Team von Ingenieurinnen und Ingenieuren ein paar Monate lang hinsetzt, damit sie aus einem System oder aus einem Ablauf ein paar Sekunden rausnehmen, wenn am Ende fünf Millionen Menschen davon profitieren. Weil unter dem Strich ist das eine einfache Kosten-Nutzen-Rechnung, die sich dann trotzdem lohnt am Ende vom Tag. Und das ist auch, glaube ich, etwas, was man im Hinterkopf behalten muss bei diesen GOMS- und KLM-Modellen. Das ist etwas, was wahrscheinlich in vielen Systemen oft vielleicht nicht unbedingt so leicht zu rechtfertigen ist, dass man das macht und dass man diesen Analyseaufwand auch betreibt und dass man diesen Optimierungsaufwand betreibt, wenn das Systeme sind, die nur von wenigen Menschen benutzt werden. Aber je größer quasi diese Systeme sind, je größer die Verbreitung von denen ist, je mehr Menschen die erreichen und je intensiver und je häufiger die verwendet werden, desto eher kann es sinnvoll sein, dass man auf diese Methodik zurückgreift. Zum Schluss noch kurz zusammengefasst Vor- und Nachteile der Methode. Vorteile sind eben, man braucht relativ wenig Evaluatorinnen und Evaluatoren, um sowas zu machen. Also das kann man alleine oder auch zu zweit recht problemlos machen. Es ist relativ schnell für einzelne spezifische und kurze Tasks. Diese Komplexität, die steigt aber sehr schnell für komplexe und lange Tasks oder für komplexe Goals, für komplexe Ziele. Also relativ schnell für klar abgegrenzte Arbeitsabläufe und Problemstellungen, sehr zeitaufwendig für komplexe Problemstellungen. Also da muss man sich auch gut überlegen und gut abwägen, wann sich der Aufwand lohnt und wo man da jetzt quasi Schnitte setzt, um den Untersuchungsgegenstand einzufangen und einzugrenzen. Es ist eine Möglichkeit der Abschätzung der Effizienz ohne Testpersonen, was recht interessant ist, weil dafür gibt es eigentlich sonst nicht wirklich viele Möglichkeiten. Man bekommt konkrete Zahlen raus. Das ist gleichzeitig Nachteil und Vorteil der Methode. Der Vorteil von konkreten Zahlen ist eben, dass sie einem etwas Handfestes an die Hand geben, um etwas beurteilen zu können. Sie sind eine einfache Vergleichsbasis, um Entscheidungen zu treffen. Sie sind auch ein wahnsinnig nützliches Kommunikationsmittel. Also wenn sie irgendwelche Auswertungs- und Analyseergebnisse an Kolleginnen und Kollegen, Vorgesetzte und so weiter kommunizieren müssen, dann ist das einfach immer sehr stark, wenn man sich auf konkrete Zahlen verlassen kann und nicht irgendwie schwammig herum beschreiben muss. Auf der anderen Seite ist es insofern auch ein Nachteil, weil die Methode, glaube ich, eine Exaktheit und eine Präzision verspricht oder suggeriert, die sie in der Praxis nicht halten kann, weil sie einerseits natürlich auf Annahmen beruht, andererseits auch auf Verallgemeinerungen und auf Vereinfachungen, wie vorhin schon gesagt. Das heißt, es ist ein Vorteil, dass man die konkreten Zahlen rausbekommt. Man sollte ihnen aber meiner Meinung nach nicht zu sehr vertrauen. Also ich glaube, die Zahlen, die man rausbekommt, sind nicht allzu belastbar. Sie sind wahrscheinlich geeignet, um Größenordnungen abzuschätzen. Man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass man da jetzt wirklich auf hundertstel Sekunden exakte Ergebnisse herausbekommt. Es ist eine Methode, die sehr gut geeignet ist, um unterschiedliche Alternativen gegeneinander zu vergleichen und abzuwägen. Und es ist vor allem, glaube ich, eine Methode, die dazu geeignet ist, um Abläufe zu optimieren, die oft durchgeführt werden von Benutzerinnen und Benutzern, die auch wirklich eingeübt sind. Also wenn man so will, für monotone, sich wiederholende Tasks, wo man einerseits von Benutzerinnen und Benutzern ausgehen kann, die mit dem Arbeitsablauf wirklich gut vertraut sind und den verinnerlicht haben und den quasi automatisch durchlaufen können und die dann auch oft durchlaufen. Dort ist, glaube ich, diese Methode etwas, wo man einerseits am meisten davon profitieren kann, wo sie am besten anwendbar ist und wo sie auch am ehesten dazu geeignet ist, dass man da jetzt wirklich lästige Stolpersteine und Ineffizienzen rausnimmt, die nicht nur die Zeit erhöhen, die man jetzt braucht, um eine Aufgabe zu erledigen, sondern die auch wahrscheinlich für die Benutzerinnen und Benutzer ganz einfach frustrierend sind, wenn sie da jedes Mal drüber stolpern würden. Und was an der Methode auch noch ganz interessant ist, wie gesagt, ich glaube, es ist eine Methode, die in der Praxis relativ selten Anwendung findet. Ich finde sie aber insofern sehr interessant, weil es eine Methode ist, die einen dazu zwingt, dass man sich auf einer sehr feingliedrigen Granularitätsebene mit Interaktion auseinandersetzt. Also auf einer so detailliert feingliedrigen Ebene wie bei dieser Methode setzt man sich eigentlich ansonsten nur sehr selten mit Interaktion auseinander. Und deshalb ist das, glaube ich, auch ganz einfach interessant, das einmal sich anzuschauen und auszuprobieren, damit man sich da einfach reindenken kann und sich quasi ein Bild davon machen kann, wie kleinteilig man eine Interaktion eigentlich herunterbrechen und analysieren kann, wenn man es will. Die Methode hat aber auf jeden Fall auch ihre Nachteile. Zuallererst einmal, wie bei allen Inspektionsmethoden, sie basiert natürlich auf Annahmen. Sie basiert auch auf, wie schon gesagt, Vereinfachungen und Verallgemeinerungen, insbesondere bei diesen Zeitwerten, die wir da vorher gesehen haben. Und zu guter Letzt, nicht zuletzt, die Platzierung von diesen M's ist natürlich etwas Hochspekulatives, etwas, wo man auch leicht einmal daneben greifen kann, wo es auch sicher mehr als eine Möglichkeit gibt, wie man das richtig machen kann. Und das ist, glaube ich, auch so der größte Unsicherheitsfaktor in der Anwendung von dieser Methode, diese korrekte Platzierung von diesen Mental Acts of Routine Thinking. Anderer Nachteil, wie schon gesagt, man ist abhängig von der Verfügbarkeit und Korrektheit der Operatoren. Wenn es für einen Interaktionsstil, für eine Interaktionstechnik noch keine Operatoren und keine Zeitmessungen gibt, dann kann man es einfach nicht anwenden. Die Aussagekraft ist natürlich teilweise eingeschränkt wieder oder auf eine spezifische Art von Fragestellung eingeschränkt, weil das Ganze eben von der Annahme ausgeht, dass Benutzerinnen immer genau wissen, was sie tun müssen und dass sie quasi wie von selbst automatisch, ohne viel nachdenken zu müssen, ohne sich orientieren zu müssen, einfach diese Abfolge von Schritten durchlaufen können. Es ist auch ein Ansatz, der Fehler nicht berücksichtigt. Also auch wieder unter der Annahme, die Menschen machen keine Fehler, beziehungsweise wenn man Fehler abbilden möchte, dann muss man quasi als Evaluator oder Evaluatorin diese Fehler und ihre Behandlung explizit in der Vorhersage und Modellierung berücksichtigen und ausdrücken. Und der Fokus ist eben sehr spezifisch und eng auf die Effizienz eines Systems durch die Verwendung eines Expert-Users, der mit den Abläufen vertraut ist. Und zu guter Letzt eben auch bei komplexen oder vielen Tasks kann das Ganze sehr schnell relativ zeitaufwendig werden. Die heuristische Evaluierung ist wahrscheinlich die bekannteste und die am meisten verbreitete Inspektionsmethode, die es in der Praxis gibt. Also wie gesagt, Cognitive Walkthrough und KLM und GOMS, die sind wahrscheinlich eher ein bisschen exotisch und werden nicht so oft verwendet. Heuristische Evaluierung ist wirklich eine Methode, die sehr bekannt ist und die auch wirklich verbreitet ist und oft verwendet wird. Es ist auch eine Inspektionsmethode, weil wir ja bei den Inspektionsmethoden sind. Es geht eben darum, dass sich Expertinnen und Experten in die Rolle der Benutzerinnen und Benutzer hineinversetzen, um Fehler vorherzusagen. Und diese heuristische Evaluierung läuft nach dem Prinzip ab, dass sich diese Beurteilung von einem User Interface, von der Usability anhand von einerseits den Erfahrungen und dem Fachwissen von den Evaluatorinnen und Evaluatoren stattfindet und auf der anderen Seite maßgeblich anhand von Richtlinien und Guidelines. Das sind die sogenannten Heuristiken, die auch im Namen von dieser Methode schon drinnen stecken. Und die heuristische Evaluierung ist eine Methode, die auch insofern interessant ist, weil sie sich von Cognitive Walkthrough und KLM und GOMS unterscheidet, weil es keine taskspezifische Methode ist, sondern es ist quasi eine Methode, die grundsätzlich so etwas wie eine gesamtheitliche, systemzentrierte Betrachtungsweise verfolgt. Das heißt, man analysiert typischerweise nicht konkrete Arbeitsabläufe mit dieser Methode, sondern man versucht sich einen Gesamteindruck vom gesamten System zu verschaffen. Zum Beispiel, indem man eben ganz einfach Bildschirm für Bildschirm, Seite für Seite durch das System durchgeht und jede von diesen einzelnen Bildschirmmasken oder jede von diesen einzelnen Seiten anhand dieser Richtlinien, anhand dieser Heuristiken evaluiert. Das bedeutet auch, dass die Methode an sich ein Stück weit natürlich realitätsfern ist, insofern, dass man eben explizit nicht konkrete Arbeitsabläufe typischerweise damit untersucht. Und das unterscheidet sich natürlich von der praktischen Verwendung. In der Praxis wird ein System einfach anhand von konkreten Arbeitsabläufen verwendet. Man kann die Methode auch so anpassen und adaptieren und hindrehen, dass man sie verwendet, um eben Arbeitsabläufe zu untersuchen. Also von der Grundidee her geht es bei der heuristischen Evaluierung eben nicht um die konkreten Arbeitsabläufe, sondern eher um eine systemzentrierte, gesamtheitliche, holistische Betrachtung des Systems. Es ist auch eine relativ alte Methode inzwischen schon. Entwickelt wurde die Methode von Jacob Nielsen und Rolf Moelich Anfang der 1990er Jahre. Also ich glaube 1991, 1992 wurde die vorgestellt. Ist also ungefähr gleich alt wie auch die Cognitive Walkthrough-Methode. Gut, was sind jetzt diese Heuristiken, die auch schon im Namen von dieser Methode drinnen stecken. Der Begriff der Heuristik ist Ihnen wahrscheinlich eh schon ein Begriff, vielleicht aus Lehrveranstaltungen zur Algorithmik, Algorithmen und Datenstrukturen und so weiter. Und im Wesentlichen ist eine Heuristik ein Ansatz zur Problemlösung, der versucht, ein nicht exaktes oder ein nicht optimales, aber ausreichend gutes Ergebnis näherungsweise zu erzielen. Und man könnte auch sagen, vereinfacht oder umgangssprachliche Heuristik ist im Wesentlichen so etwas wie eine Daumenregel, an die man sich halten sollte. Und Beispiele für solche Heuristiken wären eben, wenn Sie sich das unten anschauen, wenn man sich das Erste anschaut, wenn man mehr Obst und Gemüse isst, dann lebt man gesünder. Das ist jetzt sicher nicht immer richtig. Das ist kein ausgewogener Ernährungsplan. Da lassen sich sicher auch Ausnahmen dazu finden. Da lassen sich sicher ganz leicht Argumente finden, wenn man dem widersprechen möchte. Aber im Großen und Ganzen ist es wahrscheinlich mehr richtig als falsch. Und die meisten Menschen sind wahrscheinlich gut beraten, wenn sie sich an diese Daumenregel halten. Und für die stimmt es wahrscheinlich tatsächlich, dass man sagt, man lebt gesünder, wenn man einfach mehr Obst und Gemüse isst. Also eine Daumenregel, die einen Sachverhalt grob vereinfacht, die auch nicht immer richtig sein muss, die aber in den meisten Fällen wahrscheinlich sinnvoll ist, sich daran zu halten. Oder damit wir vielleicht wegkommen vom Essen hin zu etwas, was ein bisschen mehr mit Informatik und technischen Systemen zu tun hat, das zweite Beispiel auf der Folie. Links sollten, also Hyperlinks in einer Website sollten unterstrichen sein und sich farblich vom restlichen Text unterscheiden. Das ist auch wieder so eine grobe Richtlinie, wo man sagen kann, das stimmt sicher nicht immer. Es gibt sicher gute Gründe, warum man dagegen verstoßen kann. Aber in den meisten Fällen ist man wahrscheinlich gut damit beraten, dass man sich um diese Richtlinie hält, wenn man jetzt keine guten Gründe hat, bewusst dagegen zu verstoßen. Und das sind quasi Heuristiken. Grobe Richtlinien, grobe Daumenregeln, bei denen es in der Regel sinnvoll ist, sich daran zu halten. Und Heuristiken sind in der Regel Richtlinien, die anerkannt sind. Das ist natürlich wichtig. Also das sollten nicht einfach nur Dinge sein, die sich selber ausgedacht haben, sondern die sollten sich auch auf eine fundierte, sachliche Basis stützen, zum Beispiel anhand von Industrie-Best Practices oder anhand von wissenschaftlicher Literatur, auf die man sich stützen kann. Das sind gute Prinzipien, denen man eben folgen sollte. Sie sind ein Hilfsmittel zur Fokussierung und strukturierten Analyse von einem User Interface. Also das ist eigentlich der Hauptzweck, der Hauptnutzen von so einer Heuristik, einer heuristischen Evaluierung, dass Sie Ihren Fokus und Ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte kritische Aspekte lenken und dass Sie Ihnen einen Rahmen bieten, in dem Sie systematisch und strukturiert ein User Interface analysieren können. Sie sind insbesondere auch ein gutes Fundament, eine gute Grundlage, um Ihre Ergebnisse und Ihre Empfehlungen argumentativ zu untermauern, weil es immer gut ist, wenn man quasi sagen kann, ich stütze mich hier auf anerkannte Prinzipien, ich stütze mich hier auf wissenschaftlich fundierte Prinzipien, die allgemein anerkannt sind. Das heißt, dass man quasi nicht aus einer subjektiven Befindlichkeit, aus einem subjektiven Bauchgefühl heraus argumentiert, ich glaube, das ist halt so, sondern dass man sagen kann, hier steht das so und deshalb ist das einfach so. Und zu guter Letzt können Heuristiken auch sehr unterschiedlich in ihrem Detailgrad und in ihrem Umfang sein. Das ist auch etwas, was wir uns nachher noch kurz ein bisschen genauer anschauen würden. Was man auch berücksichtigen muss, ist, Heuristiken sind eben nicht immer richtig, es sind keine harten oder festen Regeln, es sind keine unumstößlichen Gesetze, die in Stein gemeißelt sind, sie sind auch nicht immer richtig und sie laden deshalb auch immer dazu ein, dass man sich kritisch mit ihnen auseinandersetzt und darüber reflektiert, ob sie jetzt in einem konkreten Einzelfall tatsächlich anwendbar sind oder nicht. Also man darf denen auch widersprechen und man darf sich mit denen auch kritisch auseinandersetzen und man darf auch von Heuristiken abweichen, wenn man zu dem Schluss kommt, dass sie falsch sind oder dass sie gerade nicht anwendbar sind. Das ist sogar empfehlenswert, dass man das tut. Heuristiken gibt es jetzt für unterschiedlichste Bereiche. Also zuallererst muss man dazu sagen, als Jacob Nielsen Anfang der 90er Jahre die Methode der heuristischen Evaluierung vorgestellt, hat er gleichzeitig eine Sammlung von zehn Heuristiken vorgestellt. Das sind die ersten, die sich hier auf der Folie aufgelistet sehen und diese zehn ursprünglichen Usability-Heuristiken von Jacob Nielsen, das sind quasi so die klassischen Heuristiken, an die man zuerst denkt, wenn man an die Methode denkt. Die sind quasi untrennbar mit der Methode verbunden, weil sie denselben Autor haben und weil sie gemeinsam vorgestellt wurden. Also wenn man es sehr puristisch betrachten will, dann könnte man sagen, eine klassische heuristische Evaluierung im engeren Sinn ist immer eine heuristische Evaluierung, die diese Heuristiken nach Nielsen verwendet. Ich persönlich finde, man muss es nicht so eng sehen und ich würde deshalb auch sagen, man kann diese Methode auch mit anderen Guidelines, mit anderen Prinzipien, mit anderen Heuristiken verwenden und da gibt es dann ein breites Spektrum an Heuristiken, die man sich zunutze machen kann, wie zum Beispiel die Eight Golden Rules of Interface Design von Ben Snyderman, das ist eine tolle Sammlung von User Interface Design Guidelines, auch eine sehr kompakte Sammlung, dadurch, dass es nur acht Regeln sind oder die First Principles of Interaction Design von Bruce Tognosini sind etwas umfangreicher, also vor allem auch eine größere Anzahl an Richtlinien, was es ein bisschen unübersichtlicher macht, aber auch eine sehr, sehr schöne Sammlung von User Interface Design Guidelines oder auch zum Beispiel diese Sammlung von Smith und Mosier, die insofern bemerkbar ist, weil es die umfangreichste Sammlung an Interface Design Guidelines ist, die ich überhaupt kenne, das sind 944 einzelne Guidelines oder auch sowas wie die ISO-Norm 9241-110, wo sich sieben Design-Prinzipien für die Ergonomie der Human-Computer Interaction drin finden lassen. Und das sind sehr allgemeine Heuristiken, sehr allgemeine Design-Prinzipien, wo man sagen kann, die lassen sich eigentlich auf jede Art von Software und auf jede Art von User Interface anwenden, egal ob das jetzt eine Web-App ist oder ob es eine Native Desktop-App ist oder ob es eine mobile App ist oder ob es ein Alexa-Skill ist oder was auch immer. Also diese allgemeinen Design-Prinzipien, die sind sehr vielfältig anwendbar und die kann man eigentlich auf jede Art von interaktiven Computersystemen anwenden. Es gibt darüber hinaus aber auch spezifische Heuristiken, technologiespezifische, plattformspezifische. Es gibt zum Beispiel Heuristiken für Web-User-Interfaces, also für Web-Design, wenn man so will. Eine sehr schöne Sammlung ist die erste, die sich hier auf der Folie aufgelistet sehen von User-Focus. Das ist auch wieder eine sehr umfangreiche, detaillierte Sammlung von Richtlinien, also insgesamt 247 Guidelines für Web-Usability. Auch ganz interessant, dieser zweite Eintrag hier auf der Folie, das ist eine sehr alte Sammlung. Die Autoren weisen selber darauf hin, dass diese Sammlung inzwischen veraltet ist, könnte aber in einem historischen Kontext vielleicht ganz interessant sein, dass man sich das mal durchschaut, wie sich quasi Web-Usability und Web-Design über die Jahre hinweg verändert hat, dass man einfach mal durchstöbert und schaut, welche von diesen Guidelines sind heute noch gültig, sind langlebig und welche von denen sind quasi überholt und kann man heutzutage nicht mehr verwenden. Oder auch zum Beispiel für speziellere Fragen, wenn Sie zum Beispiel die Accessibility, also die Barrierefreiheit von einem Web-Auftritt untersuchen möchten, dann könnten Sie zum Beispiel auch die Web-Content Accessibility Guidelines vom World Wide Web Consortium zur Hand nehmen und anhand dieser Guidelines eine heuristische Evaluierung durchführen, um eben, wie gesagt, gezielt die Barrierefreiheit von einem Web-Auftritt zu überprüfen. Zusätzlich gibt es natürlich für alle möglichen großen Plattformen auch Design-Guidelines von den Plattformenherstellern und Betreibern. Also wenn Sie zum Beispiel eine Windows-App evaluieren möchten, dann könnten Sie sich an die Microsoft User Experience Guidelines halten. Wenn Sie eine macOS-App evaluieren möchten, dann könnten Sie sich an die Apple Human Interface Guidelines halten. Wenn Sie ein Gnome Interface evaluieren möchten, könnten Sie sich an die Gnome Human Interface Guidelines halten. Gibt es natürlich nicht nur für Desktop-Computing, sondern auch für mobile Plattformen, von Google, für Android, von Apple, für iOS, teilweise auch aus der wissenschaftlichen Literatur, allgemeine Heuristiken für mobile Apps oder auch zum Beispiel Sammlungen von Heuristiken für die Evaluierung von Videospielen. Also da gibt es auch viele, viele Nischen, die insbesondere auch im akademischen Umfeld bedient werden und wo Sammlungen an Heuristiken dafür über die Jahre hinweg entwickelt wurden. Was jetzt auch noch ganz interessant ist, wenn man sich jetzt unterschiedliche Sammlungen von Heuristiken und Guidelines anschaut, dann variieren die teilweise ganz, ganz stark in ihrem Detailgrad und gleichzeitig auch in ihrem Umfang. Und das hat einige ganz interessante Implikationen, die sich daraus ergeben, auch in der Anwendung von diesen Heuristiken. Ich habe hier auf dieser Folie zwei Beispiele rausgesucht. Die erste Guideline ist eine aus dem ISO-Standard 9241-110 und die lautet, is the dialogue consistent? Conformity with user expectations. Also da geht es quasi darum, ob ein Dialogfenster, eine Bildschirmmaske der Erwartungshaltung der Benutzerinnen und Benutzer entspricht und auf ihre kontextuellen Bedürfnisse und Erwartungen eingeht und sich an allgemein anerkannte Konventionen hält. Und Sie sehen schon, das ist ein Katalog von Guidelines, der sehr schmal ist, also nicht sehr umfangreich. Es sind nur sieben Guidelines und gleichzeitig die Guidelines selber sind sehr weitläufig formuliert. Also wenn man sich diese Guideline anschaut, das ist jetzt nichts sehr Spezifisches. Da fällt sehr viel darunter. Das bedeutet auch, dass da sehr viel Interpretationsspielraum natürlich bleibt. Das bedeutet auch, dass man sich als Evaluator oder als Evaluatorin, wenn man diese Guidelines verwendet, sich sehr intensiv auseinandersetzen muss mit der Frage, was ist damit überhaupt gemeint und was fällt da alles hinein in diese Guideline. Und auf der anderen Seite ein Beispiel aus dieser Sammlung von Smith & Moos-Jedi, wie gesagt, sehr umfangreich ist. Also die besteht eben aus 944 Guidelines. Und auch hier habe ich eine beispielhaft rausgesucht, nämlich eine Guideline zum Thema Default-Values, also Default-Werten in einer Eingabemaske. Und da wird dann eben beschrieben, wenn bei einer Eingabe bestimmte Standardwerte oder Default-Werte zu erwarten sind, dann sollte man diese in dieser Eingabemaske von vornherein automatisch zur Verfügung stellen, damit die Leute das quasi nicht auswählen müssen, sondern einfach nur mehr weiterklicken können, weil es quasi eh schon richtig ausgefüllt ist. Und wenn man sich das anschaut im Vergleich zur oberen Guideline, dann ist das natürlich eine super spezifische Guideline, die wenig Interpretationsspielraum lässt, wo man auch nicht lang drüber nachdenken muss, was damit gemeint ist, weil es eben super spezifisch ist, super exakt beschreibt, worum es da geht. Und ich würde sagen, wenn man sich die anschaut, die beiden jetzt in Relation zueinander, da kann man sagen, die zweite Guideline, diese Default-Values-Guideline ist sowas wie eine spezifische Ausprägung von dem, was auch die obere zum Ausdruck bringen will. Weil die Auswahl von geeigneten Default-Values hängt natürlich zusammen mit dieser Conformity with User Expectations. Das heißt, wenn ich ausreichend lang drüber nachdenke und mich ausreichend gut mit dieser Guideline auseinandersetze, dann sollte ich hoffentlich auch auf das hier drauf kommen. Aber es besteht natürlich ein Risiko, dass ich nicht drauf komme, wenn ich nicht daran denke oder wenn ich mich nicht ausreichend damit auseinandersetze. Das bedeutet vor allem, dass eine große Anzahl von Richtlinien in der Regel nicht zwangsläufig ein breiteres Spektrum abdeckt, sondern meist ganz einfach tiefer ins Detail geht. Und daraus ergeben sich auch einige interessante Trade-offs, die man berücksichtigen muss. Also sehr allgemeine Guidelines, wie man sie hier oben sieht, kann man sagen, die sind sehr weitläufig einsetzbar. Und dadurch, dass sie weitläufig einsetzbar sind, sind sie auch wahnsinnig langlebig. Also die verlieren nicht so schnell ihre Gültigkeit, sondern das sind quasi zeitlose Richtlinien, an die man sich halten kann. Während spezifische Guidelines, insbesondere technologiespezifische Guidelines, eher dazu neigen, dass sie veralten und dass sie irgendwann ihre Gültigkeit verlieren. Das Zweite ist dann dieser Trade-off zwischen Überprüfbarkeit und Überschaubarkeit. Also so eine Guideline, wie die hier oben, die relativ weitläufig ist und viel Interpretationsspielraum lässt, die ist natürlich schwer zu überprüfen, weil man sich eben den Kopf darüber zerbrechen muss und weil vor allem auch eine recht große Wahrscheinlichkeit gegeben ist, wenn zwei Leute das lesen und sich den Kopf drüber zerbrechen, dann werden sie unterschiedliche Schlüsse draus ziehen und das unterschiedlich interpretieren und auf unterschiedliche Dinge drauf kommen. Auf der anderen Seite hier, das ist so eindeutig, da gibt es wenig Interpretationsspielraum, da werden zwei Leute wahrscheinlich das auf die gleiche Art und Weise verstehen und auf die gleiche Art und Weise anwenden. Auf der anderen Seite, so eine Sammlung, wie wir sie hier unten haben mit 944 Guidelines, ist natürlich wahnsinnig unüberschaubar. Also stellen Sie sich vor, Sie müssten bei jeder einzelnen Bildschirmmaske in einem System, bei jedem einzelnen Bildschirm alle 944 Guidelines durchgehen. Da wird man wahnsinnig. Das ist einfach unüberschaubar. Das ist auch von Zeitaufwand her irre, wenn man das machen würde. Also quasi, wenn man diese sehr umfangreichen Kataloge mit sehr vielen spezifischen Guidelines hat, dann wird das auch sehr viel schwieriger einfach vom Zeitaufwand und vom Überblick und der Überschaubarkeit her, dass man das einfach überprüfen kann. In der Praxis jetzt gesprochen. Und zu guter Letzt eben auch, habe ich eh auch schon angedeutet, eben solche allgemeinen Guidelines eben lassen viel Interpretationsspielraum, während auf der anderen Seite solche spezifischen Guidelines, wie wir sie an der zweiten Stelle haben, dazu neigen, dass sie quasi dazu einladen, dass man mit einer gewissen Tunnelblick-Mentalität an die Sache hereingeht oder mit einer Checklisten-Mentalität. Dass man quasi so darauf fokussiert ist, diesen Katalog abzurackern und abzuarbeiten, dass man gar nicht mehr wirklich drüber nachdenkt, was man da eigentlich tut und dass man eigentlich gar nicht mehr irgendwie schaut, ob einem sonst vielleicht noch was anderes ins Auge sticht. Wenn man jetzt eben solche spezifischen Guidelines hat, dann sind das auch Guidelines, die sich viel einfacher überprüfen lassen. Also wenn Sie jemanden haben, der vielleicht weniger Ahnung oder weniger Erfahrung im Bereich User Interface Design und Usability Engineering hat, dann wird sich der relativ leicht tun, so eine Guideline zu überprüfen, aber der wird wenig Erfolg haben, dass er so eine spannende Guideline überprüft. Also für diese allgemein Formulierten würde ich sagen, kann man glaube ich auch davon ausgehen, dass es in der Regel Evaluatorinnen und Evaluatoren braucht, die mehr fachspezifisches Hintergrundwissen aus dem Bereich User Interface Design und Usability Engineering mitbringen. Gut, genau. Wie ist jetzt der grobe Ablauf, wenn man so eine heuristische Evaluierung macht? Zuallererst, also ganz grob schematisch beschrieben, zuallererst jeder Evaluator und jede Evaluatorin vergleicht eben das User Interface, Bildschirmmaske für Bildschirmmaske mit den vorgegebenen Heuristiken. Man stellt dann fest, welche Heuristiken, welche Richtlinien vom User Interface verletzt werden. Man versucht dann im nächsten Schritt auf Basis dieser festgestellten Verstöße konkrete Probleme und insbesondere auch ihre Ursachen zu identifizieren. Dann fasst man die Probleme zusammen und bewertet sie anhand eines Severity Ratings, das kennen Sie ja schon aus der letzten Vorlesung. Und zum Schluss sollte man natürlich auch Vorschläge zur Verbesserung ausarbeiten, also dass man quasi sagt, wie kann man diese Probleme jetzt beheben, wie kann man das System verbessern und überarbeiten. Etwas detaillierter zuallererst, der allererste Schritt, wenn man das jetzt macht, ist eben wieder, auch wie bei der Cognitive Watch-Methode, dass man sich zuallererst in das System einarbeiten muss, dass man sich mit dem Produkt vertraut machen muss. Wie letzte Woche schon gesagt, wenn man eine Inspektionsmethode anwendet, als Experte oder Expertin, dann kann man da nicht blind durchstolpern, sondern man muss gut vertraut sein mit dem Untersuchungsgegenstand. Man muss das Produkt verstehen, man muss das System verstehen, man muss die Domäne verstehen, in der das Ganze zur Anwendung kommt. Man muss auch verstehen, in welchem Einsatzszenario das Ganze zum Einsatz kommt. Und erst dann kann man quasi mit der Evaluierung an sich beginnen. Das kann insbesondere dann aufwendig sein, wenn man als externer Evaluator oder externer Evaluatorin zu einem Projekt hinzugezogen wird, weil dann fehlt einem dieses Domänenwissen und dieses Produktwissen zu Beginn einfach. Danach muss man sich überlegen, welche Richtlinien sind jetzt überhaupt geeignet für diese Problemstellung oder für die Zielsetzung, die man verfolgen will. Man muss sich überlegen, sind die Richtlinien auf meine konkrete Problemstellung anwendbar? Sind die Richtlinien so ausformuliert und so strukturiert, dass sie von meinem Team effektiv genutzt werden können? Da auch jetzt wieder eben dieser Hinweis auf die Formulierung der einzelnen Richtlinien und wie leicht die überprüfbar sind und wie viel Fachwissen das von den einzelnen Evaluatorinnen und Evaluatoren voraussetzt, wie ich vorhin gerade gesagt habe. Man sollte sich auch anschauen, ob sämtliche Richtlinien noch auf dem aktuellen Stand sind, weil die Informatik ist einfach eine schnelllebige Branche und da ändern sich Dinge ganz einfach auch. Und da kann es sein, dass ein Kriterienkatalog oder ein Richtlinienkatalog, der fünf Jahre alt ist, ganz einfach zumindest teilweise auch schon wieder veraltet ist. Und zu guter Letzt auch, ob man den Richtlinien sich zustimmen kann und ob man sich denen anschließt als Evaluator und Evaluatorin. Also quasi dieses kritische Hinterfragen, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Dann, wenn man quasi das Produkt kennt, wenn man die Heuristiken ausgewählt hat, ist der nächste Schritt, dass man die eigentliche Evaluierung durchführt. Da ist es so, dass jeder Evaluator und jede Evaluatorin das User Interface eben durchgeht, mit den Heuristiken vergleicht und Verstöße gegen die Heuristiken feststellt und diagnostiziert. Jeder Verstoß sollte eine Referenz auf die verletzte Richtlinie, auf die verletzte Heuristik enthalten. Man sollte auch bei diesem Evaluierungsprozess bereits zu jedem einzelnen Verstoß einzeln und präziser beschreiben, damit man das Ganze dokumentiert und festhält. Und natürlich sollte man auch Probleme notieren und festhalten, die man unabhängig von den verwendeten Heuristiken findet. Wenn einem quasi was ins Auge sticht, das sich jetzt nicht in diese Liste an Richtlinien einordnen lässt, dann sollte man das trotzdem natürlich mitnehmen. Und wenn dann jeder Evaluator und jede Evaluatorin für sich diese Evaluierung durchgeführt hat, dann trifft man sich quasi in der Gruppe, diskutiert die Ergebnisse, konsolidiert die gefundenen Probleme und Verstöße und priorisiert die dann anhand eines Severity Ratings und versucht, Lösungsvorschläge für diese Probleme zu entwickeln. Das bedeutet insbesondere, dass das Ergebnis von so einer heuristischen Evaluierung nicht einfach nur eine Liste von Verstößen ist. Das heißt, da geht es darum, dass man versucht, so eine Checklisten-Mentalität zu vermeiden, wo man einfach nur eine Checkliste durchgeht und sagt, ist erfüllt, ist nicht erfüllt, ist erfüllt, ist nicht erfüllt, sondern dass man diese Liste an Verstößen, die man da produziert, nur als Ausgangspunkt der Analyse verwendet. Also das ist quasi nicht das Endergebnis von dem Ganzen, sondern der Ausgangspunkt für eine tiefergehende Analyse, wo man eben versucht, konkrete Probleme und ihre Ursachen zu finden und dann in weiterer Folge auch Verbesserungsvorschläge und Verbesserungsmöglichkeiten auszuarbeiten. Und in dem Zusammenhang auch nützlich, dass man eben schon während der Evaluierung, wie vorhin gesagt, konkrete Notizen macht, Screenshots macht und alle Verstöße präzise und vollständig dokumentiert, weil das ganz einfach diesen anschließenden Analyseschritt und Analyseprozess unterstützt und beschleunigt und vereinfacht. Ich habe es jetzt schon anklingen lassen oder durchklingen lassen, so eine heuristische Evaluierung, die typischerweise nicht nur von einem Evaluator oder einer Evaluatorin durchgeführt, sondern von mehreren. Insbesondere auch deshalb, weil man eben nicht davon ausgehen kann, dass eine einzelne Person alle Probleme findet, die man in so einem System finden kann. Und Jacob Nielsen hat sich in seiner Arbeit auch mit der Frage auseinandergesetzt, wie viele Evaluatorinnen und Evaluatoren man jetzt idealerweise für die Durchführung von seiner heuristischen Evaluierung einsetzen sollte oder rekrutieren sollte und hat dabei festgestellt, über eine Anzahl von vielen Evaluierungsprojekten, die er da analysiert hat, dass im Schnitt ein Evaluator oder eine Evaluatorin ungefähr 35 Prozent der auffindbaren Probleme in so einem System findet. Und jetzt ist es natürlich so, wenn jetzt zwei Personen dasselbe System anhand derselben Richtlinien evaluieren, dann werden die nicht exakt nur dieselben Verstöße finden. Sie werden aber auch nicht nur verschiedene finden, sondern da gibt es dann natürlich eine gewisse Überlappung in den Ergebnissen zwischen den einzelnen Evaluatoren. Und deshalb hat man es dann quasi mit steigender Anzahl der Evaluatorinnen und Evaluatoren mit diminishing returns zu tun, weil man quasi für jede zusätzliche Person, die man einsetzt, immer weniger zusätzliche Ergebnisse rausbekommt, weil eben die Ergebnisse sich von einer Person zur nächsten immer stärker zunehmend überlappen werden. Und Jacob Nielsen hat in seiner Analyse eben festgestellt, wenn man jetzt sich eine große Anzahl von so heuristischen Evaluierungen anschaut, dann kann man da feststellen ungefähr, dass man davon ausgehen kann, dass man mit einer Person ungefähr 35 Prozent der auffindbaren Probleme im Rahmen von seiner heuristischen Evaluierung feststellen wird, dass man mit zwei Personen, mit zwei Evaluatorinnen und Evaluatoren ungefähr 50 Prozent finden wird und dass man mit fünf Personen ungefähr 75 Prozent der auffindbaren Probleme finden wird. Wie die Zahlen zustande kommen, gehe ich jetzt aus Zeitgründen nicht näher darauf ein. Sie können sich das aber auch in dem Artikel, der hier auf der Folie verlinkt ist, selber durchlesen, wenn Sie dann neugierig darauf sind. Und jetzt ist es natürlich auch so, dass jeder zusätzliche Experte und jede zusätzliche Expertin, die man da einsetzt, natürlich auch einen Aufwand verursacht und Kosten verursacht. Und das führt dann als nächstes natürlich zu der Frage, wo hat man quasi das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis? Wo bekommt man den besten Return on Investment aus so einer Evaluierung heraus? Und da hat Jacob Nielsen festgestellt, wenn man in seinem Fallbeispiel von der Annahme ausgeht, dass so eine heuristische Evaluierung mit Fixkosten von 4.000 Dollar verbunden ist und dass die Variablenkosten pro Evaluator und Evaluatoren 600 Dollar betragen, dann ist quasi dieser Sweet Spot, wo man den besten Return on Investment, das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis rausbekommt, bei ungefähr, also bei exakt vier Expertinnen und Experten, beziehungsweise generell so die Spanne, wo man quasi ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis hat, befindet man hier so bei drei bis fünf Expertinnen und Experten, die das durchführen. Muss man natürlich sagen, die Kurve verschiebt sich ein bisschen, je nachdem, wie das Verhältnis von Fixkosten zu variablen Kosten ist. Aber generell kann man, glaube ich, allgemein sagen, so die typische Empfehlung, wie viele Expertinnen und Experten man für eine heuristische Evaluierung braucht, sind eben drei bis fünf Personen. Gut, soviel zur Methode der heuristischen Evaluierung. Zum Schluss auch hier wieder eine kurze Zusammenfassung im Überblick der Vor- und Nachteile. Einer der großen Vorteile der Methode, es ist eine Methode, die ist relativ schnell und relativ günstig in der Durchführung. Also sie braucht vor allem auch relativ wenig Vorlaufzeit. Also wenn man so eine heuristische Evaluierung machen möchte, dann ist das was, da kann man relativ schnell loslegen und das Ganze innerhalb von ein bis zwei Tagen erledigen. Man braucht dafür eben keine echten Benutzerinnen und Benutzer, man braucht keine Freiwilligen, die sich als Testpersonen zur Verfügung stellen, wie bei allen Inspektionsmethoden. Man braucht eine relativ geringe Anzahl an Evaluatorinnen und Evaluatoren, um das Ganze durchzuführen. Wie gesagt, idealerweise drei bis fünf und man kann das Ganze auch bereits während der Entwicklung mit Prototypen sehr gut verwenden. Nachteile der Methode, auch hier wieder wie bei allen Inspektionsmethoden. Die Aussagekraft ist grundsätzlich natürlich ein Stück weit eingeschränkt, weil man eben keine echten Benutzerinnen und Benutzer beobachtet. Das heißt, es kann sein, dass man Probleme übersieht, die dann später in der Praxis auftreten. Es kann aber auch sein, dass man quasi übervorsichtig ist und dann Probleme diagnostiziert, die es in Wahrheit gar nicht gibt, die dann in der Praxis eigentlich nicht zum Tragen kommen oder die sich in der Praxis dann nicht manifestieren. Das ist auch so eine ganz interessante Sache bei diesen Inspektionsmethoden, dass man quasi auch zu kritisch und zu vorsichtig sein kann und dass man dann quasi über das Ziel hinaus schießt und quasi falsch positive Ergebnisse diagnostiziert und Probleme findet, die eigentlich gar keine Probleme sind. Und man kann eben auch nicht davon ausgehen, dass alle Probleme, die es dann in der Praxis gibt, man tatsächlich mit dieser Methode finden kann. Ein weiterer Nachteil der Methode ist eben, dass sie typischerweise losgelöst von konkreten Arbeitsabläufen stattfindet, was eben nicht unbedingt einer realistischen Verwendung eines Systems entspricht. Und zu guter Letzt auch noch ganz wichtig, die Qualität der Ergebnisse von so einer heuristischen Evaluierung hängt meiner Meinung nach maßgeblich von der Erfahrung und auch von der Sorgfalt der Evaluatorinnen und Evaluatoren ab. Auch natürlich von der Qualität und von der Eignung der Heuristiken. Aber ich glaube, es ist da relativ viel, eh generell bei allen Inspektionsmethoden relativ viel in der Verantwortung, in der Eigenverantwortung der Expertinnen und Experten, die das durchführen, damit am Ende ein brauchbares und solides Ergebnis rauskommt. Und zu guter Letzt dann natürlich auch noch, es kann mitunter auch schwierig sein, gute und geeignete Richtlinien für eine bestimmte Problemstellung zu finden. Also für allgemeine Problemstellungen, für eine allgemeine Beurteilung der Usability eines Systems ist es relativ leicht, Richtlinien und Heuristiken zu finden, weil, eh wie eingangs gezeigt, es gibt viele Sammlungen von allgemeinen Designprinzipien, auf die man sich stützen kann. Aber je spezifischer eine Problemstellung oder eine Fragestellung ist, desto schwieriger kann es werden, dass man da gute und geeignete Richtlinien und Heuristiken dafür findet. Gut, soviel zur methodischen Vorgehensweise bei der heuristischen Evaluierung. Ich möchte mir aber zum Schluss noch ganz kurz diese zehn Heuristiken, diese zehn Usability-Heuristiken von Jacob Nielsen mit Ihnen anschauen, weil es eben, wie gesagt, eine Sammlung von Heuristiken ist, die so untrennbar mit dieser Methode verbunden ist eigentlich. Also die gehen irgendwie Hand in Hand und es sind auch gute Heuristiken, es sind sehr vielseitig einsetzbare Heuristiken, es sind bewährte und etablierte Heuristiken und es ist, glaube ich, auch etwas, was nicht nur nützlich ist, um jetzt ein User-Interface hinsichtlich seiner Usability zu evaluieren, sondern auch etwas, was durchaus für etwas als gute und solide Design-Richtlinien bei der Gestaltung von einem User-Interface helfen kann. Und ich werde nur sehr kurz auf die einzelnen Heuristiken eingehen, aber ich möchte es Ihnen zumindest kurz vorstellen und Sie können sich dann selber auch gern noch eingehender damit auseinandersetzen oder darüber nachdenken, was da alles darunter führt. Die erste von diesen Heuristiken ist Visibility of the System Status. Und da geht es eben darum, dass der Zustand, in dem sich das System, das Software-System, das Computersystem gerade befindet, für die Benutzerinnen und Benutzer wahrnehmbar und verständlich sein soll. Dass das System quasi die Benutzerinnen und Benutzer vor dem Bildschirm darüber informiert und auf dem Laufenden hält, in welchem Zustand sich das System gerade befindet, beziehungsweise insbesondere auch, dass es Feedback liefert, wenn sich das Systemzustand ändert, beziehungsweise auch als Bestätigung, wenn die Benutzerinnen und Benutzer irgendeine Art von Operation durchführen. Also wenn man irgendeine Operation am Computer durchführt, dann sollte der Computer oder das System auch irgendeine Art von Feedback liefern, dass man jetzt etwas gemacht hat, damit man einerseits klar und sofort und eindeutig erkennen kann, das, was ich gemacht habe, ist jetzt auch angekommen, ist quasi wahrgenommen worden vom Computer und andererseits auch, damit man als Benutzerinnen und Benutzer abschätzen kann, ob das, was man gerade gemacht hat, auch dem entspricht, was man eigentlich erreichen wollte, was man quasi bezwecken wollte. Und Feedback eben ein ganz wesentlicher Mechanismus, um den Benutzer darüber zu informieren, was in einem Computer vor sich geht. Und je nachdem, wie schnell ein Computer jetzt auf Eingaben reagiert, kann es auch notwendig sein, dass dieses Feedback unterschiedliche Formen oder unterschiedliche Ausprägungen annimmt. Idealerweise ist es natürlich so, dass ein Computersystem quasi in Echtzeit reagiert, ohne Verzögerung oder ohne menschlich wahrnehmbare Verzögerung im Millisekundenbereich. Aber manchmal gibt es einfach Operationen, die auch ganz einfach länger dauern. Und je nachdem, wie lange solche Operationen dauern, sind dann auch unterschiedliche Modalitäten an Feedback angemessen. Bruce Todd Massini hat das einmal sehr schön, finde ich, in dieser Grafik hier veranschaulicht, je nachdem, wie lange man warten muss, bis eine Operation abgeschlossen ist. Also für kurze Wartezeiten, dass man quasi so einen Ladeindikator anzeigt, der jetzt nur anzeigt, dass etwas passiert, ohne zu verraten, wie lange es noch dauert. Das wäre bei Windows eben typischerweise diese drehende Sanduhr. Auf macOS ist es das Spinning Beach Ball, die Regenbogensemmel, die Sie vielleicht kennen. Im Web sieht man sehr häufig diese kreisförmigen, animierten Ladeindikatoren, die einem zeigen, okay, der Browser hat sich nicht aufgehängt, der Computer hat sich nicht aufgehängt, sondern das dauert jetzt einfach etwas länger, bis das geladen wird. Also diese Busy Indicators, die einfach zeigen, es passiert gerade etwas, aber wir verraten dir nicht genau was. Für längere Wartezeiten ist es dann sinnvoll, dass man nicht mehr anzeigt, dass überhaupt irgendwas passiert, sondern dass man auch verrät, wie lange das Ganze dauert. Also dass man quasi einen Fortschrittsindikator anzeigt, dass man auch eine Zeitschätzung abgibt, wie lange das Ganze dauern wird. Und für sehr lange Wartezeiten ist es dann so, dass man nicht nur den Fortschritt anzeigen sollte und die Dauer, sondern dass man auch den Abschluss, den erfolgreichen Abschluss der Operation visuell, und eventuell auch mit Sound auditiv darstellen sollte. Weil für sehr lange Operationen ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Leute jetzt nicht 20 Minuten vom Computer sitzen bleiben und warten, dass das fertig ist, sondern dann geht man in die Küche und macht sich einen Kaffee oder man geht Mittagessen oder was auch immer. Und wenn man dann irgendwann später zum Computer zurückkehrt, dann ist es wichtig, dass man quasi vom Computer daran erinnert wird, dass diese Operation jetzt auch tatsächlich erfolgreich abgeschlossen wurde. Die zweite Heuristik ist dann Match between the system and the real world. Und da geht es quasi darum, dass man bei der Gestaltung von User Interfaces vertraute, bekannte Konzepte der Benutzerinnen und Benutzer aufgreifen sollte, dass man bei der Sprache, bei der Formulierung, bei der Verwendung von Wörtern, Begriffen und Phrasen auf ein Vokabular zurückgreifen sollte, dass dem Menschen, den Benutzerinnen und Benutzern auch vertraut ist und dass man auch bei der Verwendung von Metaphern auf Konzepte zurückgreift, die den Menschen vertraut sind. Ein schönes Beispiel hierfür auf der linken Seite aus den Microsoft Windows User Experience Guidelines, wo sie eben ein Beispiel geben für die gute oder weniger gute Formulierung von Labors in einem User Interface, dass man eben versuchen sollte, solche technologiezentrierten, diese systemzentrierten Begriffe zu vermeiden, dass man eben zum Beispiel nicht sagt, enable Internet-Connection-Sharing-Host, wo sich viele Menschen wahrscheinlich nicht darunter vorstellen können, was damit gemeint ist, sondern dass man stattdessen eben ganz einfach sagen kann, allow other network users to connect through this computer's Internet-Connection. Das ist eine Sprache, das ist eine Formulierung, das ist eine Wortwahl, wo man jetzt nicht irgendwie ein technisches Fachwissen braucht, um das zu verstehen, sondern was eben die meisten Menschen hoffentlich leicht verständlich, was für die meisten Menschen leicht verständlich sein sollte. Oder auch so das zweite Beispiel, Manual Duplex, das ist jetzt besonders schwer zu lesen, weil man das D nicht gescheit sieht. Manual Duplex, das ist auch so ein technischer Fachbegriff, wo wahrscheinlich viele Leute nicht wissen, was Duplex jetzt eigentlich heißt und auf der anderen Seite, wenn man einfach hinschreibt, print on both sides of paper, dann ist das eine Formulierung, das versteht wahrscheinlich fast jeder Mensch. Oder ein Beispiel auf der rechten Seite die Papierkorb-Metapher, für mich eine der schönsten, gelungensten Metaphern, die man in unseren grafischen User-Interfaces findet. Auch eine sehr alte Metapher, die es schon seit den Anfangsjahren der Desktop-Computer-Interfaces gibt. Also eine Metapher, die ist inzwischen sicher schon 40 bis 50 Jahre alt. Und wenn man sich anschaut, wie so ein Papierkorb in einem Desktop-Betriebssystem funktioniert, dann ist das eigentlich sehr ähnlich dazu, wie ein Papierkorb funktioniert, den Sie vielleicht unter Ihrem Schreibtisch stehen haben. Wenn Sie ein Dokument haben, das Sie nicht mehr brauchen, dann schmeißen Sie das in den Papierkorb rein. Wenn Sie draufkommen, ups, ich brauche das doch noch, ich hätte das nicht wegwerfen sollen, dann können Sie es wieder aus Ihrem Papierkorb rausfischen. Und auf der anderen Seite, wenn Sie Ihren Papierkorb, egal ob jetzt den virtuellen oder den echten, entleeren, weil Sie es in den Müllraum tragen und da kommt die Müllabfuhr, beziehungsweise weil Sie die virtuellen Dokumente permanent löschen, dann ist quasi der Zug abgefahren, dann gibt es kein Zurück mehr, dann ist das Dokument unwiederbringlich verloren. Also eine Interaktionsmetapher, die im virtuellen Raum ganz analog dazu funktioniert, wie es auch im echten, in der realen, physischen Welt funktioniert. Der virtuelle Papierkorb entspricht in seiner Funktionsweise sehr exakt dem, wie auch ein echter Papierkorb funktioniert. Es gibt auch einige interessante Abweichungen, auf die ich jetzt nicht eingeben möchte, wo Sie sich, wenn Sie wollen, gerne mal den Kopf darüber zu brechen können, wo diese Papierkorb-Metapher dann in der Praxis auseinanderbricht. Können sich nämlich auch ganz interessante Probleme daraus ergeben. Die dritte Heuristik von Nielsen ist dann User Control and Freedom und da geht es eben vor allem darum, dass man den Benutzerinnen und Benutzern vor allem eine Möglichkeit geben soll, Fehler rückgängig zu machen, beziehungsweise dass man ihnen die Freiheit einräumen soll, dass sie Dinge in einem User Interface ausprobieren können, ohne dass sie Angst haben müssen, dass sie dabei irgendwas kaputt machen oder dass sie einen Schaden anrichten, den sie nicht so einfach wieder rückgängig machen können. Das bedeutet auf der einen Seite, dass man eben so Funktionen unterstützt wie Undo und Redo, dass man quasi Operationen rückgängig machen kann, die man gerade gesetzt hat, weil das erlaubt einem eben, dass man so etwas wie eine Trial and Error Strategie in der Interaktion mit dem Computer anwendet, weil man hat eben dann die Sicherheit und die Gewissheit, ich kann alles ausprobieren, ich kann alles machen, weil wenn ich einen Fehler mache, dann muss ich eh nur auf den Zurück, auf den Undo-Button draufklicken und kann den Fehler rückgängig machen, ohne dass da irgendein Schaden entsteht, beziehungsweise bei Operationen, die sich nicht rückgängig machen lassen, wie eben zum Beispiel das permanente Entleeren des Papierkorbs, dass man in den Fällen so etwas wie einen Bestätigungsdialog einbaut, wo man quasi noch einmal zur Sicherheit nachfragt, Bist du dir sicher, dass du das jetzt machen möchtest? Genau. Die nächste Heuristik ist dann Consistency and Standards, wahrscheinlich eines der wichtigsten Prinzipien für gut benutzbare User Interfaces und da geht es eben darum, dass sich User Interfaces in ihrer Gestaltung Best Practices an Konventionen, an Standards halten sollen und dass sie auch in sich konsistent sein sollen. Also es geht darum, dass die Benutzerinnen und Benutzer sich nicht die Frage stellen sollen, müssen, ob Dinge, die gleich ausschauen, vielleicht sich unterschiedlich verhalten, beziehungsweise ob Dinge, die unterschiedlich ausschauen, denselben Zweck erfüllen und sich auf dieselbe Art und Weise verhalten. Also Aussehen und Funktionsweise der Dinge sollen in sich konsistent sein. Und diese Konsistenz, die kann sich auf unterschiedlichen Ebenen manifestieren. Einerseits zum Beispiel innerhalb einer Applikation, also die einzelnen Bildschirmmasken, die einzelnen Bildschirme innerhalb einer Applikation untereinander konsistent gestaltet sind, dass immer wiederkehrende Gestaltungselemente zum Einsatz kommen, dass User Interface Widgets konsistent verwendet werden, dass das Layout und die Struktur und die Anordnung der Elemente am Bildschirm konsistent ist von einer Bildschirmmaske zur nächsten, dass das quasi, dass die Bildschirminhalte quasi nicht wild herumhüpfen von einer Bildschirmmaske zur nächsten. Und auf der anderen Seite aber auch die externe Konsistenz von Applikationen hin zu anderen Applikationen auf derselben Plattformen. Darauf zielen eben auch diese Plattformen spezifischen Richtlinien und Guidelines von Apple und Microsoft und Google und so weiter ab, wo es eben darum geht, dass man sich an diese Guidelines halten soll, um eben die Konsistenz von unterschiedlichen Anwendungen auf einer Plattform sicherzustellen. Und wenn man sich diese zwei Beispiele hier unten anschaut, auch wieder zwei jahre ältere Beispiele, das linke aus den Windows User Experience Guidelines und das rechte aus den Apple Human Interface Guidelines. Wenn man sich dann das anschaut, dann ist für Sie sicher auf den ersten Blick ersichtlich, welches von diesen zwei, also welcher von diesen zwei Screenshots von Windows herkommt und welcher von diesen zwei Screenshots von macOS herkommt, weil Sie sich eben an die Plattformkonventionen der jeweiligen Plattform halten und man auf den ersten Blick erkennt, das ist konsistent mit Windows oder das ist konsistent mit macOS. Und umgekehrt aber auch ganz interessant, das sind eigentlich zwei sehr einfache Dialogfenster, die man hier sieht. Das sind quasi zwei Speicherdialoge, die den exakt selben Zweck erfüllen sollen. Und wenn man die aber im Detail miteinander vergleicht, da sieht man eigentlich, wie viele Detailunterschiede es zwischen diesen zwei Bildschirmmasken gibt, auf die ich jetzt auch wieder nicht im Detail eingehen möchte, weil die Zeit schon knapp wird. Aber wenn Sie Zeit haben, schauen Sie es sich vielleicht mal an und denken Sie sich durch, wie viele Unterschiede Sie da feststellen können. Die nächste Heuristik ist dann Error Prevention. Und da geht es quasi darum, dass man User Interfaces so gestalten soll, dass Benutzerinnen und Benutzer möglichst daran gehindert werden, Fehler überhaupt zu machen, bevor diese auftreten. Also am besten ist es, dass man Fehler verhindert, bevor sie überhaupt passieren können. Und das kann man eben zum Beispiel erreichen, indem man die Handlungsmöglichkeiten der Benutzerinnen und Benutzer einschränkt, indem man eben Constraints verwendet, indem man zum Beispiel bei Dateneingaben User Interface Widgets so auswählt, dass eine Fehleingabe unmöglich wird. Also wenn Sie zum Beispiel in einem Formular eine Datumseingabe haben wollen, dann können Sie dafür einen Kalender Date Picker verwenden. Und so ein Kalender Date Picker, der erlaubt quasi nur gültige Datumseingaben. Und verglichen mit einem Textfeld, mit einem Text Input Field, da könnte ein Benutzer oder eine Benutzerin irgendwas reinschreiben. Auch völlig falsche Eingaben oder Datumseingaben, die falsch formatiert sind und mit denen Ihr System dann nicht umgehen kann. Also eine Möglichkeit, um damit umzugehen, Eingabemöglichkeiten zu beschränken. Beziehungsweise andererseits auch der Versuch eben proaktiv vorherzusehen, wo Fehlerzustände auftreten können und die Leute dann zu warnen, ihnen einen Warndialog zu präsentieren, wenn solche Fehler passieren können. Wie eben zum Beispiel vor dem Entleeren des Papierkorbs bekommt man einen Warnhinweis, ob man sich sicher ist, dass man die ganzen Dateien wirklich endgültig löschen möchte. Oder ein anderes sehr schönes Beispiel aus dem Gmail-Web-Client. Wenn Sie da in Ihrer E-Mail davon schreiben, dass Sie eine Datei angehängt haben und Sie vergessen dann, die Datei anzuhängen, dann erkennt Gmail das automatisch und poppt so eine Warnmeldung auf und fragt nochmal nach, hey, ich glaube, du wolltest eigentlich ein Attachment verschicken, aber du hast offensichtlich das Attachment vergessen und möchtest dir noch was hinzufügen. Vielleicht geht es Ihnen da wie mir, mir ist das schon oft passiert, dass ich irgendwie lang eine E-Mail schreibe und was anhängen will und dann freue ich mich schon so, dass ich es eigentlich wegschicken kann, dass ich dann am Schluss darauf vergesse, dass ich die Datei tatsächlich anhänge und ich schätze, ich bin dann nicht der Einzige, dem es so geht, weil sonst hätte Google das wahrscheinlich nicht im Gmail-Client eingebaut, dass sie darauf reagieren. Die nächste Heuristik ist dann Recognition rather than Recall und da geht es darum, dass man eben beim Design von einem User-Interface versuchen sollte, das Gedächtnis der Benutzerinnen und Benutzer zu entlasten, dass man quasi dafür sorgt, dass sich die Leute möglichst wenig merken, lernen müssen und auswendig lernen müssen, weil Computer sind in der Regel ganz einfach viel besser darin, sich Dinge zu merken als Menschen. Und das bedeutet zum Beispiel auch, dass man den Menschen Handlungsmöglichkeiten sichtbar darstellt. Also ein gutes Beispiel für zwei Arten von User-Interfaces, die einmal sehr stark dieses auswendig lernen voraussetzen und andererseits dann dieses Wiederentdecken unterstützen sind eben Command-Line-Interfaces, wie sie es links sehen und grafische User-Interfaces, wie sie es rechts sehen. Weil bei so einem Command-Line-Interface, da muss ich mir sehr viel merken, da muss ich sehr viel auswendig lernen. Da muss ich die Befehle lernen, da muss ich die Parameter für die Befehle lernen, ich muss die Syntax lernen, in der ich diese Befehle in diese Command-Line eingeben kann. Nur wenn ich das Ganze gelernt, auswendig gelernt habe, kann ich eigentlich mit diesem Computersystem interagieren und auf der anderen Seite der große Unterschied dann von den grafischen User-Interfaces ist, dass man sich das eben nicht merken kann, sondern ich kann einfach in einem Menü nachschauen, welche Operationen mir zur Verfügung stehen und dann eine Möglichkeit auswählen, die mir eben geeignet erscheint. Aber das ist nicht der einzige Fall, wo diese Realistik anwendbar ist. Da geht es generell darum, dass man quasi versucht, dafür zu sorgen, dass sich die Leute nicht irgendwelche Informationen von einem Teil zum nächsten merken und auswendig lernen müssen. Die nächste Realistik ist dann Flexibility and Efficiency of Use und da geht es dann darum, dass man sich bei der Gestaltung von einem User-Interface auch überlegen sollte, wie man quasi geübte Benutzerinnen und Benutzer unterstützen kann, indem man zum Beispiel Shortcuts einbaut, die es einem erfahrenen Anwender, einer erfahrenen Anwenderin ermöglichen, Operationen schneller auszuführen, zum Beispiel in Form von Tastatur-Shortcuts oder auch in Form von so gestenbasierten Shortcuts, wie man es hier in dem Beispiel von iOS sieht, beziehungsweise auch, dass man erfahrenen Anwenderinnen und Anwendern die Möglichkeit gibt, dass sie die User-Interfaces konfigurieren und anpassen können an ihre Erfordernisse, damit sie das für sich effizienter gestalten können. Die nächste Realistik ist dann Aesthetic and Minimalist Design und da geht es im Wesentlichen ganz einfach darum, dass man bei der Gestaltung von Bildschirmmasken, von Bildschirminhalten auf unnötige Informationen verzichten sollte, aus dem einfachen Grund, dass natürlich jede Informationseinheit, die auf einem Bildschirm dargestellt wird, mit sämtlichen anderen Informationseinheiten am Bildschirm konkurriert, um die Aufmerksamkeit des Betrachters oder der Betrachterin. Und jede zusätzliche Informationseinheit auf dem Bildschirm reduziert dadurch die relative Sichtbarkeit der anderen Interaktionselemente oder Informationsbausteine am Bildschirm. Das heißt, je mehr Informationen auf einem Bildschirm zu sehen sind, desto schwieriger ist es, dass man sich da drin orientiert und dass man die Informationen findet, die einen eigentlich interessieren. Und deshalb sollte man sich insbesondere auch bei der visuellen Gestaltung von Bildschirmmasken auf die wesentlichen Inhalte konzentrieren und vor allem auch auf rein dekorative Elemente, die jetzt keinen Zweck erfüllen, möglichst verzichten. Gut, die nächste und ich glaube auch schon vorletzte Heuristik ist dann Help Users Recognize Diagnose and Recover from Errors. Wie vorhin gesagt, am allerbesten ist es natürlich, wenn man Fehler verhindern kann, bevor sie überhaupt auftreten. Das ist aber nicht immer möglich. Wenn Fehler auftreten, dann ist das meistens für die Benutzerinnen und Benutzer besonders unangenehm. Und das sind dann meistens auch Situationen, wo sie besonders viel Hilfe und Unterstützung brauchen. Und deshalb ist es eben auch wichtig, wenn man gute Fehlermeldungen formulieren möchte, dass man darauf achtet, dass man den Benutzerinnen diese Fehlermeldungen in einer verständlichen Sprache mitteilt, also in einer menschlich verständlichen Sprache, nicht in irgendwelchen technischen Error-Codes oder mit einem technischen Fachwarkabular, was die meisten Menschen wieder nicht verstehen. Und dass man ihnen die notwendigen Informationen gibt, was sie brauchen, um den Fehler beheben zu können, dass man ihnen sagt, was ist passiert, welche Teile vom System sind davon betroffen, was ist die Konsequenz von diesem Fehler, also welche Konsequenzen ergeben sich daraus für dich und was kannst du tun, um diesen Fehler jetzt rückgängig zu machen. Gut. Und die allerletzte von diesen 10 Heuristiken von Nielsen ist dann Help and Documentation. Und da kann man sagen, grundsätzlich ist es natürlich wünschenswert, dass ein User Interface so einfach gestaltet ist, dass man überhaupt keine Hilfe und überhaupt keine Dokumentation und Anleitung dafür braucht. Auch hier wieder in vielen Fällen ist das aber ganz einfach nicht möglich. Und deshalb ist es in den meisten Fällen notwendig und sinnvoll, dass man für technische Systeme, für Software-Systeme auch eine Hilfe und eine Hilfefunktion und eine Dokumentation bereitstellt. Und wenn man so eine Hilfe und Dokumentation bereitstellt, dann ist es auch wichtig, dass die gut ist und dass die auch gut benutzbar ist. Also da geht es quasi um die Visibility der Hilfefunktion. Dass man in der Lage ist, als Benutzerinnen und Benutzer auch jene Informationen zu finden, die man gerade interessieren und dass die auch so aufbereitet sind, dass man etwas damit anfangen kann. Dass sie fokussiert sind auf die Arbeitsaufgaben der Benutzerinnen und Benutzer und dass sie eine Liste an konkreten Schritten enthalten, die man befolgen kann, um diese Aufgabe jetzt zu erledigen. Und vor allem auch, dass diese Hilfe und Dokumentation nicht zu lang ist, weil wenn es zu lang ist, dann liest sich eben erst wieder niemand durch. Gut, soviel zu den 10 Heuristiken von Jacob Nielsen im Schnelldurchlauf.